ja und ein halli hallo einen guten abend 20 uhr und eine minute den song wollte ich gerne ausspielen lassen es macht mich immer freude musiklieder auszuspielen und die minute denke ich habt ihr auch verziehen eure ohren dürften dadurch ein bisschen mehr den guten song hören ja hallo guten abend da draußen wir sind wieder heute live hier heute am 18 juli 2019 sind wir unterwegs und heute zu gast ist von taden zukunft und technik heißt es ihr dürft wieder anrufen hier bei uns die festnetztelefon aus österreich mit der landesvorwahl 0043 steht euch zur verfügung dann geht es weiter mit sieben zwei null fünf eins acht eins neun und die sieben findet ihr auch auf ok talk.com unter der rubrik sendungen die nummer ihr könnt auch in den chat einsteigen einfach auf chat klicken studio 1 hauptstudio steht auch der haupteingang drin einfach draufklicken schon seid ihr im chat drin auch bitte drin bleiben ich bin nicht immer ganz die ganze zeit am gucken aber dort könnt ihr euch eure anregungen fragen was auch immer schreiben sollte nicht reinkommen in den chat oben rechts registrieren wunschnahme e mail adresse mehr daten erheben wir nicht und ihr habt ein schönes eigenes pin wand habt ihr da die vielseitig nutzen könnt kommentarfunktionen und so weiter freunde finden und das freut mich dass wir das schon geschaffen haben und danke dir peter der uns letztes jahr dahin gebracht hat noch mal dafür ja auf dem sendeplan wie gesagt steht heute phantaden wir haben einen artikel geschrieben geht mal auf die rubrik artikel und dort seht ihr den kommen also erst mal die sende ankündigung und runter haben wir schon für die heutige sendung für die heutige sendung ein kommentar hinterlassen dort könnt ihr euch mal ein bisschen ein empfinden wir werden heute dort ein wenig bezug oder viel bezug zu nehmen auf dem sendeplan steht nachdem viele generationen vergangen sind wird unsere maschine von energien angetrieben die an jedem punkt im universum verfügbar ist es ist nicht nur eine frage der zeit wann es dem menschen gelingen wird ihre maschinen an das rad der natur zu binden zitiert nikola tesla es geht um die arbeit von nikola tesla und um lösungsansätze dahin zu kommen dass wir der inhalt das wird der inhalt der heutigen sendung sein ja und ich habe vorhin schon im warm-up kurz angesprochen wir haben ja unser okidok medienfestival im bank gemacht und dort gab es ja so einen schönen artikel der in der heute zeitung geschrieben worden ist ich werde hier keine namen nennen die heute zeitung weiß schon dann welchen redakteur es geht nikola tesla sei ein betrugsmodell begründet worden ist nicht warum ein betrugsmodell nikola tesla sei ich frage mich wieso so viele menschen nach nikola tesla schauen und auch wie wir heute abend versuchen eine sendung zu gestalten wo man erkennen kann dass das nicht betrug ist sondern wie heißt das das land der denker und dichter und ja wieso werden kongresse gestaltet warum sind so viele menschen um tifteln herum und finden dinge heraus also wenn doch nikola tesla ein betrugsmodell sei dann bitte ich doch diesen einen redakteur doch um rechtstellung was er denn genau meint fehler dürfen wir alle machen auch nikola tesla hat sicherlich viele tolle versuche gemacht und hat auch oft gescheitert darum geht es nicht es geht darum was unterm strich übrig bleibt so genug geredet und jetzt begrüße ich matthias von taden und sage guten abend zu dir heute aus frankreich habe ich gehört ja ja lieber klaus so ist es ja danke für die liebe anmoderation ich hoffe dass wir heute vielleicht ein bisschen was machen können also wie gesagt fertig habe ich es auch noch nicht aber es geht immer stück um stück und es gibt offenbar leute die schon irgendwas in dieser sache doch was bewegendes erreicht haben und da habe ich so ein bisschen material nachher auch schon für den server bereitgestellt das sind alles quellen aus dem internet möge sich derjenige sich gerne informieren wer möchte so soll es sein hier im studio haben auch noch den mark wale heute bei uns mark sagt mir mal einen guten abend zu dir guten abend einen wunderschönen guten abend wer weiß wer heute abend dazu hört vielleicht adam weiß haupt man weiß ja nie vielleicht nikola tesla selber aus der geistigen welt ist er bestimmt heute bei uns da jetzt immer wieder so spirituell abgefahren ja alles ist energieursache wirkung ja heute heißt es zukunft und technik technik ist ja viel physik aber die technik geht auch noch weiter oder matthias ja das stimmt technik ist natürlich da viel im spiel aber wir schauen wir mal wohin kommen mit kannst mich gleich mal so ein bisschen sagen ich habe ja da was rüber geschickt und dann können wir ja stück für stück da mal durchgehen ja wo hast du mir jetzt was geschickt mich sehen mein e mail fach quill gerade wirklich über dieses pdf dokumente kurzer abgleich ja bitte das pdf dokument zur heutigen sendung öffnen da steht dann oben so ein bisschen auch das zitat drinnen mit was du von zitiert hast dann gehe ich da jetzt noch mal drauf das kommt jetzt auch gleich sicher zitat das muss ja das sein nachdem viele generationen vergangen sind ist es das bitte das klingt hervorragend da habe ich halt angefangen mich da so ein bisschen durchzuarbeiten aber schauen wir mal wie wir jetzt da vorankommen ist es das dokument was ich gerade angelesen habe ja wunderbar dann bin ich ja schon mal richtig ja nachdem viele generationen vergangen sind wird unsere maschinerie von energie was ich gerade schon vorgelesen hat angetrieben die an jedem punkt im universum verfügbar ist es ist nur eine frage der zeit wann es dem menschen gelingen wird ihre maschine an das rad der natur zu binden nikola tesla 1901 lieber matthias was gibt es für phänomene in der technik die gegen induktion von spulen und deren baulichen ausführungen flachspulen einfache bifila im uhrzeiger gewickelt oder gegen uhrzeiger wo geht die reise heute hin was möchtest du heute mit dieser sendung erstmal überhaupt übermitteln dass wir das versuchen bevor wir in die tiefe gehen vielleicht noch mal kurz am anfang erklären sehr gerne denke man abgrenzung ist jetzt hier notwendig also mir geht es jetzt erstmal darum eine art grundverständnis oder das was ich über 20 jahre langsam so ein bisschen herausgefunden habe dass das doch ein bisschen andere phänomene sind also ich habe ja auch ein bisschen technikerschule und solche sachen auch alles gehabt und gemacht und da werden natürlich sachen gemacht die eigentlich sehr konventionell sind also ich habe dann eben halt auch in bereiche mich reingearbeitet auf sachen aufgebaut zum beispiel die flachschule die hat eben halt phänomene spezielle effekte da habe ich in der schule nie etwas drüber gehört oder etwas sehen nur dass man das teil dann irgendwie da hat dass nikola tesla solche sachen gebaut hat das gibt den test der experimentierkasten wo man auch solche kleinen versuche machen kann also da gibt es sehr sehr spannende versuche zu dieser flachschule okay und das ergebnis letztendlich was wird heute abend passieren wir stellen heute abend was vor es geht um spulen es geht um technik wird da was unterm strich als ergebnis herauskommen was ist ein ergebnis vielleicht für ein bisschen mit ein paar worten verfasst kannst du das natürlich also mir geht es einfach darum dass die leute es gibt sehr viele sachen die in der technik vorkommen die dann immer als störung oder als nervig technisch empfunden werden muss man ein bisschen salopp zu sagen und es geht einfach darum dass in diesen effekten oder auch diesen ärgernissen die teilweise in der technik auftauchen doch hier oder da eine kleine tür drin ist um eine andere welt betreten zu können mir geht es ein bisschen darum heute abend so ein bisschen das herauszukitzeln dass die leute nächstes mal wenn dann da irgendwie da mal so eine induktionsspannung auftritt was kann man damit machen weil wenn ich zum beispiel bei einer zwölf volt batterie dann eine mittelprächtige spule anschließe kriege ich dort spitzen raus die gehen bis über 80 volt da tricke ich ein feld an und da kommt auf einmal irgendwas raus das ist schon sehr spannend ok das heißt wie wir eine gewisse elektronik physik oder so verstehen gibt es doch noch ein bisschen mehr was wir nicht wirklich ein beachtenden augenmerkmal geben kann das so richtig sein wie ich das sag ja ich könnte auch beispiel sogar dafür an fügen oder anführen es gibt zum beispiel damals für der der expert der bei manchen leuten ja auch ein bisschen bekannt ist das war ja der pressten glaube ich hieß er die hatten ja damals zu der zeit 1940 und wann das da gewesen ist 43 ja alle ausstudiert hatten promoviert und sind dann dieses projekt hereingekommen und die mussten selber sagen aus eigener quelle sie mussten sehr viel neu dazuladen die waren gerade fertig hatten gerade promoviert zu dieser zeit und das was sie dort hatten an informationen da war eine neue welt die hatten gerade wirklichen letzten stand der dinge assimiliert oder aufgenommen und mitbekommen und dann sind sie diese projekte reingekommen und denken auf einmal er ist ein wunderland los und sie waren wieder am anfang ich denke mal das ist vielleicht eine gute anekdote um das vielleicht mal so ein bisschen zu skizzieren ja dann kann man ja noch mal kurz sagen nikola tesla ist ja zumindest hat sich ja nicht offiziell in den großen norm durchgesetzt vielleicht hast du noch eine antwort warum und man hat ja auch sein büro soweit ich weiß damals zerstört es hatte ja sicherlich auch einen grund dass wir das noch mal zusammenfassen und dann tauchen wir mal in die technik ein oder ja gerne als netten videobeitrag oder ein film da heißt der stromkrieg ist gegangen ging damals mit westinghaus und zwar durch gleichstrom wechselstrom das waren teilweise sehr skurrile sachen was da teilweise auf den straßen veranstaltet worden ist da sind hunderte auf welche metallplatten rauf gestellt und elektroden angeschlossen und die wurden damit wechselstrom getötet um eben halt die gefährlichkeit des wechselstroms wirklich vorzufinden auf offener straße alle leute konnten das angucken da sind teilweise sehr skurrile sachen abgegangen also das kann man sich heute nicht kaum vorstellen ja gut jetzt haben wir mal so eine einleitung gemacht was auch nikola tesla bedingt bedient ist sicherlich war er nicht der übermensch sicherlich nicht aber ein mensch der sicherlich sich mit einer gewissen technik versucht hat auseinanderzusetzen und hat alles andere als nichts gefunden sondern er hat was gefunden wo man dann doch schon geschaut hat mama mia wir leben ja im kapitalismus das kann auch alles mit daran zusammenhängen dass man solche neuen techniken die einen vielleicht auch weiterbringt wenn die systemlinge so sage ich immer sagen das ist alles hokus pokus philibus oder eine gefahr dann möchte ich auch gerne von den systemlingen die das so behaupten auch mal argumente haben was denn dann so gefährlich daran auch sei so sage ich das mal kann ich doch ruhig zu sagen selbstverständlich also ich würde vielleicht noch ein bisschen weiter gehen also wenn ich diese technologien die ich hier so für den ich gehört habe dies alles geben soll und wo ich sehr viel material unterlagen über gesammelt habe über die jahre das alles umsetzen könnte es werden einige tausend projekte die ich da bedienen könnte das wirtschaftskonjunktionsprogramm oder 456789 also das werden konjunkturprogramm der extra oder superlative was ich damit sofort und jetzt bereitstellen könnte es würde natürlich größeren umbruch geben alte honigtöpfe diese dann weg die müssen halt neu verteilt werden das verteilt sich ein bisschen anders aber unter dem strich haben wir mehr als vollbeschäftigung umwelt saubere techniken also das ist eigentlich unter dem strich doch ein deutliches plus denke ich das sehe ich auch so also ich denke jetzt haben wir genug erzählt und ich denke dass wir jetzt mal ja reingehen du hast das erste die übersicht der sendung ja was gibt es für phänomene in der technik überhaupt magst du einfach mal direkt einsteigen ja gerne doch also ich hatte das jetzt eben schon mal so ein bisschen angezeichnet oder angezeigt mit zum beispiel jetzt der induktion das ist zum beispiel jetzt wird dass da was passiert dass man bei einer schwule die unter strom gesetzt wird und die dann entsprechend das feld zusammen kracht eben halt das feld in die stule schwule stürzt und da eben entsprechend eine energie sich zeigt die jedoch recht stark ist und das kennt man ja auch vom erdmagnetfeld wenn das eben entsprechend auch ja und spricht jetzt hier vom pulver oder also vom polflip oder von der umpolung dass eben halt dort doch enorme energien drin sind und wenn das eben halt herunterdrückt dass das wirklich sehr sehr starke energien sind das könnte man fast wie eine energiepumpe sich anschauen und das auch so betreiben also es gibt solche elektrischen schaltungen habe jetzt leider noch nicht wiedergefunden weil ich jetzt gerade nicht zu hause bin aber es ist möglich diese schaltung gibt es ich habe die dinge auch schon mal so ein bisschen versucht nachzubauen das ist letztendlich eine schaltung die permanent so geschaltet ist dass ich eben halt eine schwule oder eben halt an trabe möglichst nicht mit dynamo blech sondern eben halt mit frittmagneten weil die dort von der hysterie ist einfach bessere bessere qualität bringen das bedeutet ich habe dort weniger verluste und dann möglicherweise dann auch mit pulsierenden gleichstrom dann habe ich dort keine historie verluste dass ich dann immer dort in dem material die umpolung habe sondern sich damit gepulzt im gleichstrom arbeite was bei diesen techniken sehr essentiell ist zum beispiel das ist eine sache die sich jetzt so über die jahre gezeigt hat dass man irgendwie dort weiterkommt ok ja ich sehe das skript vor mir das ist sehr viel ich kann jetzt sagen zylinderspulen hier ist von von einer besonderen interesse die große mit den vielen lagen von kupfer lackdraht bei der test wie heißt das test da tika ist in mir wichtig ja warte ich habe jetzt du es von paul baumann quasi diese energie maschine die entsprechend der schweiz im emmental glaube ich ist das vor jahren und fast von jahrzehnten wirklich sprechen entwickelt und erfolgreich gebaut worden ist und dieses modell es ist letztendlich dort wird elektrostatik eingesetzt und diese wenn man sich das bild vielleicht nachher anschaut im materieus habe ich bin reingepackter sind zwei solche dicken fetten kisten einer seite können schwulen oder sowas sein und da drinne ich habe unterlagen auch jetzt gefunden sind letztendlich funken strecken in diesen spulen drin in diesen großen kupferspulen drin und das ist dann super eine super starke starkes geprassel oder eben halt ein feuerwerk kommt was sagen von magnetischen feldlinien die in diesen spulen dann letztendlich fangen werden und jede spule die in einem einem anderen feld in kontakt kommt also wie ein transformator bloß dass ich jetzt auf der einen seite eben halt eine funken strecke dann bitte feuern lassen und auf der anderen seite habe ich sehr viele kupfer wicklung und das habe ich als zweimal und unten sind solche hufeisen magneten drin die auch so bewickelt sind wenn man sich das genau anschaut hat man so den eindruck dass in irgendwelche art magnetfeld gleichrichter dioden oder so was eine art könnte man vielleicht dazu sagen das ist letztendlich rückschlag klappen funktioniert und so hat dann meiner meinung nach dieses system wo das wird auch gesagt hat eine leistung von 300 watt die haben dann auch systeme gebaut die bis 30 kw gegangen sind aber es kommt gleich strom raus ich als laie muss ja mal einfach die frage stellen die spulen man hat ja überall spulen drin ich sag jetzt mal alles was strom hat hat eine kleine spule drinnen dynamo oder irgendwas und da gibt es halt dann verschiedene spulen und die kommen dann in kontakt mit verschiedenen äußeren feldern habe ich jetzt richtig gehört ja es geht immer um magnetische feldlinien das heißt sobald eine magnetische feldlinie eine kupferspule streicht oder durch sie hindurch gleitet diese feldlinie wird dort eine spannung induktiert das ist einfach so ok gibt einfach mal gas und du siehst ich bin nicht der techniker aber ich versuche zu verstehen und liebe zuhörer ihr dürft hier reinkommen und auch anrufen und auch schreiben wie gesagt ich sehe da ist zum beispiel auch wo ist er jetzt in der robert ist da robert den holen wir mal rauf und den jenner holt der wird wohl heute nicht da sein aber der roman ist auch da schauen ob der robert auch da ist guten abend robert bist du denn am mikrofon ja da ist ja da ist hallo ja grüß ich höre hier zu aber wir sind ja ein paar leute in der runde und wir sind ja interessiert dabei ja super ne also wenn ihr was sagen wollt einfach flackern mit dem mikrofon bitte und schauen wir mal ob der roman auch am mikrofon ist ja da ist ja guten abend roman ja hallo alle miteinander ja toll wieder mal über so über die freie energie und generell die zukunft der technik der zukunft zu sprechen was uns menschen ja von joch befreit tesla schauberger wilhelm reich alles solche größen wenn man denkt wenn die das alles durchgebracht hätten ihre ideen ich glaube star trek wäre ja nichts dagegen und so bin ich schon gespannt wieder viel neues zu erfahren und 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 bei diesem thema lernt mir wirklich nie aus und danke dafür schon mal bin schon sehr neugierig heute ja wunderbar und ich sehe gerade die pia ist auch reingekommen guten abend pia guten abend zusammen ja wunderschön auch für dich pia einfach flackern mit dem mikrofon weil ich bin nicht der tiefe techniker ich merke schon ich komme selbst in stolpern ich bin mir so ein laie und und matthias versucht doch einfach mal heute so das rüberzubringen was du gerne rüberbringen möchtest und fragen sind mit sicherheit hier garantiert da freue ich mich drauf ja vielen dank ja fragt sonst einfach rein als ich versuche es möglichst so einfach wie möglich auszudrücken ohne dass man da wirklich irgendwie viel studiert haben muss also mir ist es immer wichtig dass ich möglichst es einfach rüberbringe das ist mir immer ganz wichtig ja auf jeden bitte machen wir mal weiter also es gibt dann eben halt diese ringspulen oder auch eine torusspule das heißt das sehen sie aus wie ein donut das ist letztendlich ein torusfeld wir haben ja auch hier jemand der hat hier auch crypto tv es gibt torus tv das ist letztendlich so ein feld so ein donut feld so kann man sich das vorstellen und mit diesem donut feld wurden auch schon entsprechende converter nennen das mal raumenergie konverter letztendlich ist es freie energie immer so etwas unangenehmer ausdruck weil es letztendlich immer ein bisschen verwirrung gibt aber letztendlich geht es darum die raumenergie die im raum gespeichert ist also test hat damals mal davon gesprochen wir würden einem elektrischen universum leben das bedeutet also wir leben in einem energie mehr aus elektrizität und produzieren und übertragen strom auf eine derartigen art und weise das muss für andere leute die das problem engel richtigen griff haben sehr skurril wirken also von daher ein bisschen bisschen spaß am rande ja einfach mal weiter und die haben eben halt verschiedene wicklungsarten diese spulen das heißt die haben dort eine bifiler wicklung das ist zum beispiel eine wicklung wo zwei drähte parallel gleichzeitig geführt werden und einem ferritstab zum beispiel oder auch um eine ein torus ring das ist letztendlich dann ein ferritring da kann man auch entsprechende wicklungen anbringen es gibt auch ringkerntransformatoren da wurde das dann auch gemacht aber man kann eben halt durch die geometrie die man in so eine spule reinlegt doch andere effekte aus so einer spule herausholen als man es vielleicht erst mal vermuten würde der autor ich wiese gleich jeder hat ja urich sagt steht hat in seinem buch auch mal so eine smith wurde dort zitiert auf seite 160 stand dass das ist auch eine spule die auch eben halt so knotenartig gewickelt ist und die hat dann so eine art fällt kommt daraus hat die ganz andere charakteristika als zum beispiel ganz normales magnetfeld was zum beispiel um den elektromagneten sich anschaut eine ganz andere qualität entwickelt da haben die dann im labor zum beispiel radioaktive proben nennen wir das mal so entsprechend mit dieser diesem feld was aus dieser speziell gewickelten spule herauskommt also von einer zylinderspule entsprechend so ringsherum wie man das kennt eben halt auf diese knotenspule entsprechend umgewickelt denselben draht und siehe da man hat dort die radioaktivität an so einer probe deutlich also in skalen bereich also richtig skalensprünge das gegeben reduzieren können also es hat einfach nur damit zu tun dass man eine spule einfach anders entwickelt als man es sonst kennt und man bekommt ganz andere charakteristika oder auch einen ganz anderen funktionsbereich zum beispiel ist das schon sehr erstaunlich ja mark ich würde gerne noch mal auf das thema an sich wenn wir jetzt im detail die technik besprechen da komme ich auch nicht mit das ist nicht so mein gebiet ich wollte nur noch einmal ansprechen der ich weiß nicht wieder hieß der teslas erfindung nicht abgenommen hat hat sagt nein wir brauchen etwas wo wir die uhr anschließen können damit die leute ihre zahlungen entrichten und hat es nicht wieder gefördert und der nikola tesla ist dann in einem kreis aufgenommen von wissenschaftlern und von reichen und dann hat er auch aufgehört dass freizügig die energie die freie energie zu fördern insofern dass man verstehen muss dass die masse der menschen mit einem formel 1 auto kann er baby nicht fahren so übersetzt nicht umgehen kann ja das ist eben halt was was du da ansprichst das war teil des films der stromkrieg also da ist das damals alles so ein bisschen angesprochen worden auch gezeigt wurden diese ganze problematik ist da gerade angerissen hast da wie auch immer dies wollte damals eben halt westinghaus war es damals glaube ich in dem beitrag der hat eben hat gesagt eben halt wenn ich keinen zähler anschließen kann und kein geld abzapfen kann dann unterstütze ich das nicht mehr also das war so die kurzversion das stimmt schon wir haben natürlich ja wollte ich nur anmerken und aber nikola tesla habe ich dann irgendwann wahrgenommen und er nimmt das auch dann so war an für den reichen und hochgeistigen klub dass die massen dafür noch nicht reif sind wir haben jetzt natürlich schwierigkeit wir müssen auf jeden cent schauen weil das das mit dem geld wir leben im kapitalismus naja letztendlich wenn man sich das mal einfach mal buchhalterisch oder finanztechnisch sich anschaut und du guckst einfach mal wo überall energiekosten drauf liegen und auch energiekosten versteckt sind wenn du die einfach mal so rausziehen würde es jetzt so buchhalterisch und das einfach dann sichtbar zu machen wo da welche kosten liegen dann könnte man sich vielleicht vorstellen dass es doch einen gewissen betrag ist und das eben halt die leute diesen honigtopf gerne behalten wollen komischerweise aber das ist dann eben halt das spiel einer relativ kleinen gruppe gegenüber einer größeren gruppe und das ist natürlich eine ja wie war das damals diese goldenregel gewinne werden privatisiert verluste werden sozialisiert ob so war das bei nmf arm bei george ja der liberalismus genau das ist das recht der stärkeren in verbindung mit der freiheit des unternehmertums und die private die sozialisten oder sozialdemokraten oder alles was sozial ist wurde ja da der genosse oder auch des sozius was gefährte heißt das wurde alles nicht mehr gewählt ja das sind eben halt geistige spielchen die man dann eben halt dort anschaut man letztendlich denke ich mal die irgendwo stück weit hinter sich gelassen hat und in sache okay liebe leute das war eine interessante erfahrung es war eine gute zeit schauen wir mal jetzt gehen wir einfach mal weiter es kann ja alles ganz anders sein noch ganz anders werden und warum sollte man nicht wie er zum art garten eden und zum kleinen paradies umbauen das wird ja bei star trek ja entsprechend ja auch so ein bisschen gezeigt also diese idee finde ich eigentlich mal sehr faszinierend ja wunderbar dann gehen wir mal in die technik weiter rein ich weiß nicht ob ich jetzt mit der frage drei einfach mal so reingehen kann die zylinderspulen haben wir die schon abgeschlossen so sage ich jetzt mal ja im wesentlichen denke ich schon es geht letztendlich erst mal darauf hinzuweise also ganz einfach laufen jetzt erst mal auf dem ersten ring die kleine spur jetzt gucken muss das alles einmal an was gibt es also zu schauen und dann geben wir die nächste ebene das heißt wir gehen quasi jetzt erst mal auf dem ersten stockwerk einmal die gründe im hause rum und dann gehen wir ins nächste stockwerk irgendwann in anderen sendungen super ja dann fange ich mal an mit der nummer drei ja es gibt mischformen von spulen die hast du schon angesprochen da sprichst auch den qig an so wie ich sehe ringspulen und torspulen was du gerade schon sagt ist da brauche ich glaube ich nicht darauf eingehen der qig vielleicht noch mal elektrische systeme nach paul baumann hast du erwähnt edwin geraint selbst laufende elektromotor plasma system john bedini magnetmotoren und andere mischformen und dann kommt schon sweet triod mit dem atomphysiker thomas barden kannst du da was mit anfangen ich schon da ist thomas vierten der gute und das militär muss man dazu sagen also er ist oberst im amerikanischen militär und atomphysiker und da muss man vielleicht mal eine sache so ein bisschen ansprechen ich habe manchmal so ein bisschen das gefühl wenn man sich die physik zu anguckt gibt es auch nur experimenten und noch so ein paar andere sachen die auch irgendwo erwähnt worden sind es gibt habe ich mir so den eindruck so einmal sieht die ort normal bürger aber vielleicht gibt es auch irgendwie sowas wie den ort normal physiker es gibt zum beispiel dort oder disziplin die im militärischen bereichen gemacht werden also es gibt eine kiste das kann man sich vorstellen wie zum quadrat in diesem feld drehe das ist die konventionelle physik das ist alles sag ich mal alles schön alles nette so das was man kann überall lesen darf und kann da gibt es einen bereich außerhalb dieser box da steht dann zum beispiel esoterisch drauf oder militärisch und da sind dann eben halt die interessanten sachen so drin und das sind natürlich bereiche wo die konventionelle physik so ihre spielwiese hat aber alles was darüber hinaus geht ist dann ganz schnell militärisch das haben wir dann auch uns anschauen können bei anderen physikern in der vergangenheit ich habe da auch noch eine kleine sache ge 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 ein baum so sieht das nachher aus weiß ob das daran noch irgendwie einbauen kannst in den beitrag das muss noch einmal sehen kann und da gibt es dann eben halt auch so verschiedene geschichten wie heavy side und so ein paar andere physiker die wir da gehabt haben die dann auch so und ja da gab es gerade dieser greife gerade name nicht ein aber kommt gleich wieder ja gut machen wir jetzt erstmal weiter die namen kommen zwischendurch kann ich dann nochmal einen pflegen zwischendurch ja die plasmatechnik sind zum beispiel sehr interessant weil die ganzen sachen haben die russen auch sehr viel arbeiten gemacht also die plasmatechnik an sich ist letztendlich ein tor oder eine übergangsbrücke zu dem elektrischen universum von dem test haben wir gesprochen hat und das ist eben halt eine möglichkeit wenn man sich zum beispiel die formel anguckt aus elektrotechnik die spannung ist gleich r mal okay wenn ich jetzt die möglichkeit hätte dort ein vorzeichenwechsel zu machen also ist es widerstand einen negativen widerstand kann jemand mal googeln wenn er möchte es gibt tatsächlich arbeiten zu einem negativen widerstand und wenn ich das entsprechend diese formel einsetzen würde würde diese formel wie ein generator funktionieren mich dort eine vorrichtung so bauen könnte wo ich einen negativen widerstand zur wirkung bringen könnte hätte ich einen generator einen raum energiewandler und das ist das was edwin gray und noch andere leute in der vergangenheit schon gemacht haben also die john biddy und da gibt es viele andere auch jetzt jeder paul baumer mit seiner testatiker das sind alles sauber belegt die systeme die wirklich funktioniert haben ja ja für mich ist das ein schwieriges thema matthias weil ich bin da wirklich nicht so tief in der tiefe drin bin da glaube ich nicht der richtige moderator da sehe ich aber dass der robert da ist der könnte da sicherlich jetzt einiges zu sagen vielleicht mag er ja auch uns unterstützen robert nach ist er nicht da der robert mark möchte was sagen mag bitte also ich habe ja mit dieser energie technik die frei ist kostenlos das haben sie mir schon beigebracht im wassermotor die haben das simuliert die haben einen landstrich freigeben für wasserenergie für motoren im anschluss sind dann die croissants mit ihren wasserautos und politiker häuser kardussell gefahren um politik zu machen an weitere erfahrung war das ufo da ist ein bruder in orion geflogen der hat es geschafft über nicht eigentum aber über die seele einer netten dame die wollten in den sternen haben und es geht ganz heimlich na also es geht nicht mehr der öffentlichkeit also vieles läuft eben halt im verdeckten das stimmt schon ja das sehe ich auch so ja das verdeckte und du hast ja auch gesagt das ist nur dem militär überlassen und ja das mit ihr hat sicherlich ganz andere techniken die wir uns vorstellen können zum beispiel auch eine sache die ich weiß also es mit ihr zum beispiel eine vorrichtung auf den schiffen wo sie das seewasser wirklich dort so um modeln können dass sie damit ihr schiffsmotor zum beispiel betreiben können also gerade eben hat das stichwort wassermotor hier einmal so durch start gestritten gestritten haben das ist wirklich eine ziemlich bekannte geschichte da gibt es den stelle meyer den daniel dinge die haben ja auch dort ihre reaktoren und ihre sachen gebaut dann kam auch den pollack mit seinem wasser hexagonale strukturen das ist alles sachen wo man eben halt diese raum energie einfangen kann in einer geometrie und sie in eine wandlung überführt und die kann man dann letztendlich irgendwie auskoppeln darauf läuft es jetzt endlich immer hinaus doch einfach mal weiter gut wir haben jetzt hier noch weiter die verschiedenen wittlungsarten hatte ich besprochen also wie viele einfach dreifach das heißt diese zickzack wicklung das heißt auch transformatoren werden hochspannungstechnik auch entsprechend über verschiedene wittlungs geometrien gebaut das ist eigentlich bekannt den negativen widerstand habe ich jetzt eben schon einmal kurz erklärt dass das mit dem plasma zusammenhängt und da habe es auch einen versuch gegeben da gab es auch bei youtube ein video das war auch von einem schweizer der hat das entsprechend so gezeigt dass sie dort sprechen durch stromfluss in einen also einen lichtbogen so modellieren oder verändern konnten dass dieser lichtbogen vor allem lauten knistern knattern durch eine stromreduktion letztendlich war die spannung gleichgeblieben oder strom wurde verändert wurde ist zu einer glühenden plasma entladung es wurde tierisch leise das war schon mal sehr interessant aber was dafür interessanter war ich hatten vorher so ein glaskolben gehabt das ist so ein spannungsdetektor kann man denen eine hochspannungsquelle heran hält trägt an zu leuchten also ähnlich wie so eine leuchtstoffröre so und das war dann so gegeben sie dort die den strom eben halt reduziert haben und verschoben haben in diesen anderen modus übergeführt haben das heißt von diesem lauten knattern in dieses glühende leuchten weil die hochspannung an der gesamten oberfläche also von dem apparat vor dem tester drauf und alles was darauf zu sehen ist in dem video auf einmal weg gewesen was sehr interessant ist weil letztendlich hat sich jetzt die flussrichtung wenn man das sich so anschauen könnte also manche leute kennen das prinzip nach schauberger implosion statt explosion dann hätten wir jetzt in diesem gleichnis in dem normalen fall wo es entknattert und knallt entsprechend dort das explosive element wobei ich das eben halt um model dass ich dort diesen glüh effekt habe dann habe ich die flussrichtung nach innen und das wäre letztendlich der negative widerstand was ich eben halt dort gemacht habe ich habe das vorzeichen wenn man das so sagen darf vorne gewechselt in der gleichen würde man sagen habe von plus nach minus gewechselt der wert 1 stand immer davor mal minus 1 oder eben halb plus 1 mal plus 1 das ist so dass was jetzt passiert ist bei diesem ganzen und so kann man dann auch einen negativen widerstand technisch beschreiben und auch in die umsetzung bringen da kommen wir dann vielleicht auch noch mal später zu ich habe dann da entsprechende bilder seiner zeit das kann man sich dann auch anschauen entsprechend mit abgebildet so ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter paul baumann hatte ich jetzt schon erklärt das war letztlich der erfinder der testatiker der in der schweiz lebte und hat denn dort dieses system entwickelt und diese systeme gab es von 300 watt bis 30 kw das war eine kleine scheibe von 30 cm bis 3 meter durchmesser und die haben wirklich eine enorme enorme energie geliefert und letztendlich 24 stunden am tag sieben tage in der woche keine nebeneffekte alles sauber und ich habe auch dort entsprechend ein bild reingepackt mit herrnita testatiker free energy maschine steht da drinne for more information contact leo at selator in berlin.de das war damals noch eine alte e mail adresse mit herrnika ist located in ch 35 70 linden spitzer land also da kommt diese technik her und die gibt es heute immer noch ja dann mache ich einfach mal weiter mit dem edwin gray der hat auch ein selbst laufende elektromotor auf ein plasma system der john bediene hat auch magnetmotoren oder auch mit mischformen entsprechend gearbeitet und der floyd suite in der vakuum triode das war schon bereits in den 80ern gewesen da hat der das war auch ein techniker der mit dem physiker thomas bierden zusammengearbeitet hatte und dann eben entsprechend dort einen nennt man das könnte man das sagen ist ein magnetischer ost data oder resonator es gibt auch entsprechende unterlagen die man finden kann im netz weiß nicht ob sie noch da sind aber wie gesagt vieles ist gesichert und entsprechend auch verteilt bei verschiedenen leuten also das kann man jederzeit zur verfügung stellen wenn man das haben möchte ja dann geht es weiter mit die mechanischen systeme also gibt es zum beispiel systeme die elektromechanischer natur sind das bedeutet ich habe dort zum beispiel gleichstrommotor und auf der anderen seite eine drehstrommaschine und wenn ich jetzt zum beispiel gab es ja neulich mal was so richtig verrohr gemacht hat die tesla zahl das wäre 369 ich würde vielleicht lieber die sache so anschauen 1369 das heißt 1 steht für das ganze und das kann ich dann eben entsprechend duplizieren multiplizieren und entsprechend aufteilen und so kann ich aus ein teil eben hat neun teile machen das hat ein bisschen konstruktiv bedingte bauart wie ich das ganze eben halt koppel das bedeutet wenn ich eine gleichstrommaschinen nehme es geht ja immer darum ich brauche immer eine nicht linearen effekt um eine entsprechende maschine überhaupt starten zu können das bedeutet es muss etwas sein was ja eben halt nicht linear ist und nicht so vorhersagbar ist bei einer gleichstrom nebenflussmaschine ist es zum beispiel so nicht außen das feld reduziere steigt die leistung und die drehzahl nimmt zu reduziert das außenfeld noch weiter dann geht die drehzahl so hoch dass sich das ding zerlegt das ist zum beispiel für mich ein nicht linearer effekt und das kann man entsprechend auch bauen das ist eigentlich gar nicht so kompliziert um das sagen da was in indien haben das schon gemacht bis 200 kw da kann man sich auch verschiedene videos angucken und muss einfach nur verstanden haben was dahinter passiert das sind eben halt diese zahlen nach tesla wie gesagt 369 ich würde sie vielleicht komplett 1369 entsprechend also das eine nehme ich das ganze und teile das entsprechend oder ich multipliziere es dann eben entsprechend hoch das ist dann so ein bisschen ja wie schalten hin und her switchen könnte man sagen also ich nehme einen teil zum beispiel 3400 watt und dann habe ich ja beim drei phasen strommotor habe ich eben halt dann dort 1 zu 3 bis zum beispiel dort die wickelung habe in mehreren holen könnte ich die pole immer weiter hoch machen aber auf der einen seite habe ich immer eins und ich habe dort immer eins mit 100 prozent aber zeitlich auf der anderen seite im bt 100 prozent zu drei unterschiedlichen winkeln ab also kann ich dort entsprechend ein bisschen was ernten könnte man das vielleicht verstehen ja und diese systeme wurden gebaut haben auch funktioniert und die leute wurden auch entsprechend bedrängt leider und ja aber vielleicht ist es vielleicht jetzt einfach wenn man einfach mal die basics jetzt einfach mal sagt wie es geht dass das dann einfach mal auf wird irgendwann das wäre ganz schön ja dann geht es weiter der magnetmotor ist sehr wichtig das ist eben halt wichtig bei den teilen man mit magnetmotoren hantieren möchte dass man dort einen elektromagneten so platziert dass man diesen ganzen prozess unterbrechen kann weil sonst geht es einem so wie in der gleichstrom maschine die drehzahl immer weiter zu und irgendwann fliegt einem das ding mit getöse um die ohren weil es einfach eine an seine physikalische maximale belastungsgrenze kommt und drüber hinaus dreht und dann macht es bumm das ist nicht so schön ja hier hatte ich dann angeführt zum beispiel ein bild das mit einem magnetischen will kann da haben wir dann entsprechend zehn magneten drauf entsprechend also südpol alle zueinander nordpol alle zu einer anderen seite in einer 90 grad v position angeordnet entsprechend fünf auf jeder seite und ein magnet der so eine art gang in der mitte zum platz hat den kann man dann dort entsprechend durchschicken das bedeutet ungleiche pole stoßen sich an ziehen sich an gleiche pole stoßen sich ab so sehen wir hier in diesem bild rot ist dann mal wegen der südpol und grün ist in der nordpol und der magnet der vorne hingestellt wird hat das grüne vorne und guckt dann quasi auf fünf rote magnetköpfe das bedeutet er wird reingezogen und dann entsprechend beschleunigt so wenn ich jetzt an diesen magneten um ein band oder irgendeinen mechanischen arm ran mache und den auf einem kreis laufen lassen würde hätte ich an fertigen magneten motor also es ist eigentlich nicht so kompliziert nur das problem bei den teilen ist sie sind schlecht zu steuern das bedeutet wenn die dinge erst mal laufen kann man sie nicht so ein weiteres anhalten wenn man da keine vorrichtung bevor gesehen hat das ist immer so die gefahr beim magneten motor ja aber im prinzip ist ein magneten motor keine großartige sache sind schon fragen flackern mit dem mikrofon fragen im moment nicht doch da ist der mark nochmal ja wie während der einfache anfangen womit beginne ich ich brauche doch eigentlich eine werkstatt ne ja also das werkstatt ist immer eine frage ist natürlich mit einer industriewerkstatt arbeiten oder kann auch natürlich mit einer kleinen dachbodenwerkstatt anfangen also ist halt die frage was will ich machen man kann zum beispiel dort rohlinge nehmen von der cd dort irgendwelche magneten drauf schrauben das kann man relativ klein halten zum beispiel das kann man auf diesem niveau betreiben oder wenn man eben halt eine schlosserei hat oder eben halt solche größen holzkonstruktion zum beispiel bauen könnte wo man dann solche grundläufer und solche sachen dann richtig so aus holz solche betten fräsen kann wo die magneten reingeklemmt sind das alles schön fest ist dass ich sie alle richtig sichern kann dass ich dann dort noch entsprechenden platz lasst wo ich den elektromagneten zwischen schalte das heißt dass er dann wenn er dann über diesen todpunkt reinkommt wenn der strom aus ist irgendwann stehen bleibt also solche sachen sind dann wichtig für den schwungmotor was für einen schwungmotor meinst du jetzt nach welchem hast du im bild oder namen ich habe was gehört von einem schwung magneten und motor der hört nicht aufzulaufen auch ja ja das ist eben halt die gefahr das heißt wenn dieser magnetmotor erst mal läuft und er hat irgendwie ein problem dann muss ich ruhig anhalten müsste das ist nicht so gut das stimmt weil die beschleunigung nimmt bei den dingern immer zu nicht ab aber das kann man teilweise dann auch so machen also das minimum was man denen verpassen müsste ist eine art luftschraube damit die anfangen sich dann abzubremsen ansonsten drehen zwissensendliche ja für ruhig weiter fort okay gut dann hatte ich eben sie jetzt weiß ein bisschen der roter wert hat das ganze jetzt eben halt so entsprechend darstellt das ist eben halt wo man normalen maschinen also man kann normalen elektromotoren nehmen und normalen gleichstrommotor den man ganz normal kaufen kann die entsprechend miteinander verschaltet und die entsprechend also dass man wirklich material nimmt da braucht man keine weniger werkstatt sondern dass man einfach schaut okay ich kriege hier standard industrie materialien die ich entsprechend modifizieren kann die kriegen eine andere ansteuerung oder eine andere beschaltung oder wenn anders eben hat verkoppelt oder eben hat gekoppelt auch die man die maschinen und so kann ich dann dort eben halt möglichkeiten nutzen wo ich dann einen überschaubaren werkstattaufwand hätte also das wäre zum beispiel auch eine sehr interessante sache für leute die da einfach sagen okay ich habe keine so große werkstatt habe dies nicht habe das ich habe jenes nicht okay mein lieber ist kein großes problem minimal ist ungefähr das und das kriegst du zu not auf dem balkon hin ja da gibt es noch einen entsprechenden hinweis da habe ich dann im dokument auch ein pdf was man dann über google rückwärts finden könnte mit eingebunden beziehungsweise ist auch möglicherweise im senderarchiv ja senderarchiv da kommen die ganzen pdf dokumente hochgeladen das machen wir nach der sendung fertig und natürlich artikel werden wir auch dementsprechend die nötigen infos raus setzen und jetzt ist gerade der jenner reingekommen jenner hast du eine frage oder anregung nein ich höre ich höre gern noch gespannt zu finde das thema sehr spannend und ja und da fragte gerade noch jemand weil matthias von bildern spricht zeigst du das irgendwo auf kann man deinen deinen bildtext verfolgen oder ja haben wir gerade gesagt das pdf wird dann ins archiv kommen alle pdf die wir von matthias habe ich schon bei mir da müssen wir nach der sendung alles hochladen wenn die sendung hochgeladen ist werdet ihr auch die pdf dokumente im archiv vorfinden ok dankeschön ok dann kann ich an dieser stelle noch einmal kurz hinweis geben also wir werden jetzt ungefähr jetzt bei dem pdf wo jetzt die sendung drin ist sind wir jetzt auf der seite 4 langsam angekommen und da geht es um die elektrodynamik so es ist gerade ein bisschen was wir gesprungen muss jetzt eben einmal kurz die maus nachfassen ja das von tom bierden ist das ganze der hat dann dort auch entsprechend mal einen atomphysiker aus den usa militär der hat einfach mal so eine skizze gemacht wo man so ein bisschen über die elektrodynamiken also über das was das so elektrisch so abgeht was man nicht so richtig sieht das kann man nicht richtig sprechen manchmal sieht man was wenn was passiert dann hat er mal so eine aufstellung gemacht wie man welche stufen welche schritte wer hat von wem vorlage geleistet wer ist nachher weiter gegangen na also geht jetzt erst mal hier los von material das ist dann irgendwie material genau das hat dann fahrer der war ja letztendlich auch ein physiker oder ingenieur der fahrer der becher hat ja mit dem kondensator zu tun das ging dann weiter nachher über maxwell heavy side gibson und da gibt es dann auch noch andere menschen herz zum beispiel eine herz das kennt man auch wegen der frequenz und das ist ja das was damals auch bei diesem strombrief eine rolle gespielt hat weil tesla hatte eben halt den skalaren anteil gesehen von einer schwule sagte das ist irgendwie da alles prima alles schön und heinrich herz hat gesagt ich habe aber hier die frequenz und da gab es damals zwischen den beiden auch eine heftige auseinandersetzung so sagen kann wo man hat dann nachher sich auf das herzliche system geeinigt oder sich eingelassen und den skalar anteil einer spule oder eines magnetfeldes erstmal negiert man hat dann einfach dann nur entsprechend jetzt immer sich diese sache von herz entsprechend angeschaut und deswegen ging dort tesla so ein bisschen unter an dieser stelle das ist auch der grund warum man heute nicht mehr so viel von ihm so gelehrt bekommen weil sie für sie bücher steht mehr über herz als über tesla in der regel ja da gibt es denn dort auch entsprechend von bieten nachher was der hat ein pointing energy flow zum beispiel und da wird eben halt auch eben ein bisschen erklärt wie das da mit der entsprechenden raumenergiewandlung stichwort freie energie so ein bisschen läuft das ist das ist das pointing energie modell was der bieten vertritt und da wird eben halt auch ein bisschen erklärt wie das da mit der entsprechenden raumenergiewandlung stichwort freie energie so ein bisschen läuft da gibt es den lorenz das ist auch ein lorenz solche sachen also da kommt also ein bisschen her chance cats den kenne ich jetzt nicht da gibt es eben halt auch noch entsprechende leute heavy sites zum beispiel da hat dann auch entsprechende atmosphären geschichten gemacht also hat haben zwischen zu tun also her wie sie arbeiten von heavy site sind vorarbeit gewesen für diese ganzen geschichten zum beispiel und da gibt es auch eine ganze menge leute die denn mich also mendels morley zum beispiel destroy sie haben da eben halt das material zerstört aber es gibt in das ornano oder andere experiment das wurde von der us navy glaube ich damals durchgeführt dass wir auch im 1912 und 1920 rum und das ist eben halt positiv verlaufen das war nicht negativ weil sie haben letztendlich diese sache gefunden mit äther auch militär nutzt sie lustig weiter aber die ja und normal physiker haben eben halt dieses know how nicht mehr bekommen die mussten eben halt mit diesem anderen bild leben das ist leider hat so dumm gelaufen ja dann geht es dann eben halt in dieser karte weiter hoch und dann gibt es dann nachher meint engineering reconstruction und da gibt es nachher noch andere geschichten das sind dann einfach dinge wo man dann entsprechend dann ja was man auch schon wie schon bei enterprise gesehen wurde nachher eben halt geistige kräfte elektrische felder und durch anderen sachen irgendwie können da gab es auch eine ganze menge entsprechende teilung damals bei den russen auch bei den amerikanern die dann nach dem zielspionage und in die anderen geschichten da gearbeitet haben und es geht nachher immer halt nachher weiter wo denn dieses elektrische immer weiter verstanden worden ist und wir leben ja in einem elektrischen universum das dürfen wir nicht vergessen und so wurde das ganze entsprechend ja immer weiter auf die spitze getrieben und weiter verfeinert aber im normalfall kriegen wir davon nichts oder wenig mit ja das kann man sich nachher anschauen und haben werden hat auch eine gute internetseite und auch sehr andere als sehr viele bücher der geschrieben bedauerlicherweise auf englisch das ist manchmal ein bisschen nervig aber es gibt ja leute die das sehr gut können und ich bitte diese dann einfach dort übersetzungsleistung zu liefern oder auch zu bringen damit eben entsprechend die leute da vielleicht einen besseren zugang finden ja was noch zu max will zu sagen es gibt ja sogar max gleichung da steht nach unten so ein term drin das wird so unter dem bruchstrich da wo b gleich 0 ist das heißt man die kraft werden irgendwann 0 das ist natürlich jetzt wenn wir uns das ganze anschauen was ich vorhin beschrieben haben mit diesem plasma fällt diesem lichtbogen ich jetzt eben hat da den fluss umkehren kann dass es zum laut knattern jetzt ein ruhiges leuchten wird dann habe ich natürlich dort ein vorzeichen wechsel und dann ist es nicht nur 0 also haben wir mal eben auch mal eben den max welt ausgehebelt beziehungsweise erweitert und ich habe auch damals mal gehört es gibt es von den max vergleichung zwei eine offizielle und eine inoffizielle und in offiziellen ist b eben auch nicht 0 aber die meisten dann das eben alles mit 0 und das ist leider ein bisschen doof weil dann eben hat verschiedene dinge einfach nicht mal angeguckt werden beziehungsweise absurd sind und dann kommt teilweise durch komischen artikel rum was am anfang zum beispiel jetzt auch angesprochen haben der liebe klaus hat das eben schon mal erwähnt ja und ja machen wir einfach mal weiter ein kleiner hinweis beim excel hatte ich erwähnt es geht im wesentlichen darum sich an das rad der natur anzuschließen thomas e beeren hat es einmal symbolisch so in einem gleichnis so dass man es mal ein bisschen greifen kann was das bedeutet dass wie viel energie ist überhaupt jetzt in diesem elektrischen universum wie kann man sich das vorstellen dass man es mal ein bisschen greifbar machen kann also er das mal so so ein bisschen übersetzt wenn man sich einfach mal so unseren frühstücks kaffee becher sich zu hause auf dem tisch vorstellt und das volumen was dort in diesem becher drin ist das ist ab und in diesem raum ist so viel energie gespeichert hat werden gesagt dass wenn man diese energie zu 100 prozent wirksam machen könnte die in diesem volumen drin ist sich darin befindet dann würde man in einem winden eines augenblickes einen gesamten ozean zum kochen bringen zitat ende und ich denke das ist eine ganze menge energie kommt schon fragen oder könnt ihr noch ja es ist für mich schon unvorstellbar einen ganzen ozean zum kochen zu bringen was das für eine gigantische energie sein darf oder muss alleine wenn wir heute schauen wie wir den energieverbrauch oder energiebedarf haben und dann ich den vergleich 70 prozent auf der erde ist wasser und man kann das zum kochen bringen da muss etwas geheimnisvolles zumindest für mich dahinter stehen und das ist sehr spannend ja ja es geht noch weiter und bierden hat sich alle diese dinge in schriften und büchern veröffentlicht deswegen appelliere ich auch noch mal ich habe auch nachher noch ein buch da wird es auch noch eine kleine schaltung geben so final secret of electricity heißt das zum beispiel das ist ein sehr interessantes kleines helft die in der fünfheft hat so knapp 100 seiten und da sind entsprechende design vorschläge für solche konverter entsprechend abgebildet abgebildet und dann warst du weg ich hoffe du bist noch da abgebildet ja abgebildet sind da diese schaltung mit maus finger klemmte gerade hier ist es einfach und er hat dann dort entsprechend design vorschläge in diesem buch das ist der final secret of electricity das ist so ein diner 5 knapp 100 seiten und da ist das alles dran beschrieben das kann dann sich jeder kaufen wer mag und auch teilweise im internet kann man das auch elektronisch als pdf finden also da kann man das machen wie wie es einem denn beliebt und hat es einfach noch mal weiter beschrieben und das mal etwas so flattig ausdrücken das heißt der lumpigste prozess der nur einen nennen bruchteil dieser energie für uns verfügbar machen würde würde unser energie problem für immer lösen da stimme ich ihnen uneingeschränkt zu nun das klingt alles sehr optimistisch was ist beim bauen von raum energiewand dann zu beachten jetzt kommen wir zu dem punkt es ist ein ausschalter es muss einen ausschalter geben das hat man auch schon bei den mechanischen systemen gesagt aber bei elektrischen systemen ist es genauso wichtig ist heißt dass man dort wenn man dort neues land betritt dass man immer die möglichkeit hat wirklich zu jeder zeit das system beziehungsweise den versuch dass man halt die kontrolle behält das ist sehr sehr wichtig ja aber ganz besonders beim mechanischen system aber auch elektrische systeme können auch sehr sehr kräftig sein weil man kann sie eigentlich nicht greifen und die folgen sind manchmal nicht mittelbar sondern zeitlich versetzt wahrnehmbar so deswegen ist es mir wichtig sie fliegen ein möglicherweise uns um die ohren deswegen ist immer diese abschalt für richtung das oberste was darauf gehe ich jetzt auch eben halt so wie ich intensiv ein weil es mir ein sehr wichtiges bedürfnis ist das eben klar zu machen es muss ein nicht lineares element inhalten sein das heißt ein raum energie wandleiter kein lineares element beinhaltet wie zum beispiel eine funkenstrecke wasser mit texten originalen strukturen ist eine möglichkeit vorlagwasser zum beispiel elektronenüberschuss mal kurz nach was da angedeutet ist oder mit magneten zum beispiel das sind alles bauteile oder dinge er oder auch diese induktion zum beispiel nicht linearer prozess in einer gewissen weise weil dort eine enorme ein enormer spannungsüberschuss entsteht die man eben nicht haben will aber wenn ich ihm halt diesen enormen spannungsüberschuss irgendwie sagen wir mal abgreifen könnte dass man da keine sperrdiode rein sondern es ist vielleicht ein sehr schnell ein brückengleich richter und die energie dann quasi in einem weiteren zwischenkreis zwischen speichern und weiter lädt wäre vielleicht mal eine idee ja es gibt schaltung dafür das kann man sich auch aus anschauen wie zum beispiel die auto batterien die gibt es in tesla batterie switch da habe ich entsprechend anbauanleitung oder eine schaltanleitung wie man aus 567 auto batterien oder so kann es ist glaube ich mal vier sein oder sechs egal die kann man so verschalten gegen miteinander über eine mechanisches relais ja element oder so ein timing system was man da braucht und dann zum beispiel die batterien gegenseitig aufladen das hat damals jemand gemacht er hat war auch bei amerikanischen militär gearbeitet und er hat aus den b2 bombern damals der hatte dort die elektroanlasser ausgebaut und hat sich dann elektroauto gebaut und er hat dann dort diesen elektro motor diesem tesla batterie switch entsprechend versorgt und ist damit morgens immer zur arbeit gefahren ist eine kleine nette artik nicht foto aber das war mal wieder das militär es ist einfach so weiter geht es mit daniel dingel zum beispiel den filipino der mit seinem toyota corolla hat er hat ja auch in den 80ern 86 87 oder sehr gewesen auch richtig vor gemacht da gibt es auch die internetseite wasserauto.de kann das ganze auch noch mal so anschauen und für mein verständnis hat er das wahrscheinlich so gebaut sein reaktor er hat dort eine normale auto batterie in gewisser weise genommen als rohling und hat denn diese entsprechend mit hexagonalen strukturen entsprechend umgeben und so hat er das wasser in dieser zelle was er dann mit elektrischen gleichstrom oder mit pulsen oder was auch immer dann zerlegt hat konnte er neben dem elektrischen element was er dort zum wasserspalten benutzt hat eben halt auch über eine geometrische energetische führung das wasser entsprechend auch vorspannen und damit habe ich dann eben halt eine effizientere wasserelektrolyse ist zum beispiel eine möglichkeit ich kann was zum beispiel spalten mit elektrolyse magnetolyse thermolyse das bedeutet ich kann es dann eben mit gleichstrom machen ich kann es mit hitze machen und ich kann es mit magnetismus machen und wenn man sich die sache noch anschaut bei stanley meyer hat auch irgendwann auch ein laser dabei gehabt das wurde jetzt auch gerade jetzt hier in der schweiz da gab es gerade auch so eine entsprechende universität welcher das ist aber wir haben aus luft hat kraftstoff gemacht und die haben dann auch mit sonnenlicht gearbeitet dass der in dem meyer hatte immer sein dass halt ein laser eingesetzt das wasser zu spalten ja also wie gesagt es ist eben vergleichbar also die grundansätze sind zu sehen meiner meinung nach gut machen wir mal weiter drittens wir sind jetzt auf der seite glaubt fünf oder so egal magneten sind eine möglichkeit ebenso spulen die mit der gegen induktion arbeiten und so die raumenergie melken wenn man das so sagen kann es gibt da diese schaltung von msg magnetic motion generator von thomas auch wieder da findet man auch diese schaltung da habe ich jetzt diesen skript noch nicht drin aber da möge man entsprechend auf der bierden homepage schauen das habe ich aus zeitlichen gründen noch nicht geschafft dieses dort zu zeigen dann geht es weiter mit dem punkt vier darf ich kurz ja kurze info wer jetzt ins archiv geht im juli 2009 sind die pdf dokumente sind alle hochgeladen sehr schön danke diklaus ja mache jetzt einfach mal weiter das heißt es kommt der mp kondensator das heißt metallpapier kondensator sind ganz witzige teile die hatten wir uns damals von der lehrzeit damals als lehrling zum elektriker hat damals immer ein riesen spaß gemacht diese kondensatoren aufzuladen und sie dann gegenseitig fangen zu spielen wer sie dann fallen es hat verloren weil sie geladen waren das wurde uns damals sogar damals der brustfachschule gelagert gesagt dass diese kondensatoren quasi mit entladungswiderständen gelagert werden müssen weil sie sonst eben halt von sich heraus her eine statische spannung aufbauen und kann recht hoch werden sogar deswegen hat man damals diese kondensatoren mit erdungswiderständen vorne an den beiden polen entsprechend gebrückt damit diese kondensatoren wenn sie gelagert sind sich nicht aufladen das fand ich damals sehr interessant ich wusste aber nicht wieso und nicht warum aber heute weiß ich das jetzt ist der quasi mehr effekt und es ist einfach so wenn ich einen kondensator habe sind zwei platten und der quasi mehr effekt sorgt dafür dass sich dort von außen das kann man sich vorstellen wie ein druck bei kater wurde das beschrieben mit 14 dün das heißt wir befinden uns in einer art gasflasche so können man das vielleicht sagen und da herrscht ein druck auf jedes kleine elektron das können wir sich vorstellen wie das atom ein druck von 14 dein ein dein ist ein gramm pro quadratzentimeter aber es müssten sich mal über schauen wie groß ist denn jetzt ein elektron die groß ist da die oberfläche und habe ihren druck und 14 ein drauf das ist die raum energie und wenn jetzt dieser druck oder dieser plus zwischen zwei kondensator platten dort vorbei düst dann gibt es dort reflektion und so werden die platten dann aufgeladen und so gibt es eine statische spannung das ist der grund warum diese mp kondensate zum beispiel von sich heraus her von natur eine spannung aufbaut ich denke mal darüber könnte man möglicherweise auch eine vorrichtung bauen die diesen effekt vielleicht elektrotechnisch besser ausschlachten könnte also das könnte ich mir glatt vorstellen aber dann möge sich jetzt hier nochmal seine gedanken machen aber ich denke es lohnt sich gut noch eine frage und es geht gleich weiter zum nächsten ja da kommt noch was rein über die homepage gerade ich puste das hier gerade rein danke die danni ich schicke das mal für die allgemeinheit zu da kommt ein text rein da gibt es eine anfrage ich sage einfach mal ja natürlich ein interview wird hier gefragt aber jetzt zu deinem interview hier zu deiner sendung auch kannst du was damit anfangen erst mal so aus dem stegreif nicht aber vielleicht kann man das ja irgendwie so ein bisschen aufklären ja wir können es ja auch nachher vorlesen macht du mal deinen vortrag weiter und dann wissen wir nachher können wir darauf eingehen liebe danni noch ein bisschen geduld ja ich kann jetzt gar nicht darauf eingehen weil wir sind so gerade im fluss kommt vielleicht ein bisschen raus bitte um nachsicht so es geht weiter und zwar gibt es noch die leistungsformel ich weiß nicht wer das von der spule noch so ein bisschen im hintergrund hat leistungsformel heißt ist gleich quadrat mal r gut also wenn er hat man so ein bisschen beschäftigt ist der widerstand steht für die spannung und p steht für die leistung in watt ums watt wollt ihr da gibt es leistung mit dieser könnte man sich eine kondensator schaltung überlegen weil wenn ich dort ist ja ein kondensator habe hier spannung gespeichert und wenn ich den zwei kondensatoren in reihe schalte verdoppelt sich die spannung wenn sie entsprechen von der selben spannung geladen wird und wenn ich etwas verdoppelt geht die leistungs ins quadrat das heißt mal vier und wenn man dann eben halt dort auch so eine art melkmaschine eine kosmische melkmaschine sich überlegt wo dann eben halt dieses umschalten so geht das heißt ich lade quasi mit u1 das ist die normale spannung und schalte jetzt anschließend diese kondensatoren in der reihe kann ich eben halt diesen vervierfachung effekt nutzen und schalte dann wieder zurück das ist dann quasi wie so eine pumpe kann mir das vorstellen und damit wäre es auch vorstellbar eine energiepumpe die die raumenergie in einen nutzkreis überführt wo man dann seinen kühlschrank und auch was immer anschließen könnte ist ein bisschen forschungsbedarf ist aber von der physik her eine ganz saubere sache und wenn man das einfach mal sauber runter designen täte glaube da würde man auch zu brauchbaren ergebnissen finden jetzt kommt als nächstes jährlich ein paar der tesla batterie switch hatte ich jetzt ja auch schon mal kurz erwähnt erwähnt der ist letztendlich auch dafür gut um zum beispiel ein elektro oder irgendwas anderes länger laufen lassen zu können also da könnte man bestimmt einiges machen und was eben noch wichtig ist auch bei wilhelm reich der augen akkumulator das bedeutet ein akku das ist ja so ein bleisäure akku zum beispiel den kann ich ja einmal von außen über die klemmen laden elektronen beziehungsweise auch das was er dann die dinge damals gemacht hat hat er dort seine wasser elektrolyse zelle wahrscheinlich gehabt mit der hexagonalen struktur das heißt er hat ihn quasi von außen durch diesen energiestrom den ich auch schon elektrisches universum und so weiter und so fort äther was wir alles so haben entsprechend dort die energie bereitgestellt so wenn man es jetzt von reichen augen wenn ich in seiner augen akkumulator auto batterie reinstellen die wird niemals leer weil die säure wird immer über diese augen energie chemisch nachgeladen und diese batterie hat immer leistung habe ich damals auch mal ein artikel gefunden habe ich noch irgendwo auf der festweite gespeichert aber das habe ich mir damals gemerkt das war so ein das war ungefähr so 50 cm hoch zu 30 cm durchmesser auf so ein podest und innen drin stand daneben heißt eine autobatterie und die wurde nicht leer ende kurzfassung von diesem artikel war sehr interessant habe ich mir gemerkt gebe ich jetzt immer so rein also das gibt möglichkeiten ja mache ich gleich noch ein bisschen weiter es sei denn es gibt eine frage ich muss lachen ihr habt so gewollt ja keine fragen mach weiter ist okay ich kann ich locker mit um so da gibt es noch ein video das war auch von dem ich damals auch schon berichte habe das erfahrung im urzeitcode gleichstrom fällt mit plasmatischer funkenstrecke das habe ich damals auch von einem schweizer aus bei youtube untergeladen wo ich diese sachen angucken durfte und habe ich noch einzelne eins zusammengezählt lieben daran kann ich stelle noch mal so das ist in den halten mit diesen funken strecken das ist immer das nicht lineare element und da habe ich eben halt möglichkeiten dort direkt in dieses elektrische universelle feld einzukommen habe ich die ist die funkenstrecke die wo ich die möglichkeit habe wirklich dort in den puls des universums wirklich mich einzuklinken das ist das was tesla wahrscheinlich damals gemeint hat das hat er wahrscheinlich herausgefunden und ich denke das wird sein dass es kann man kaum noch anders vorstellen es gibt eigentlich keine andere möglichkeit und ich habe mich schon fast 20 jahre damit beschäftigt es müsste eigentlich dieser weg sein also ich kann zwischen fast gar nicht mal anders vorstellen moment dass das so der einfachste zugang ist natürlich reden wir jetzt hier von einem transistor im vergleich zu einem halbleiter schiff also das sind natürlich auch entsprechende evolutionsschritte oder auch entsprechende technologische sprünge drinnen aber wir reden uns jetzt hier erst mal vor dem einfachen transistor um das so sagen darf also wie sieht er so grundsätzlich aus ist damals auch relativ modular zur sache dass man relativ große kiste auf dem tisch den gehabt hat ein einzelner kristall mit dotierung das war ein richtig großes teil das war so groß wie ein becher das war der erste transistor gut und in diesem sinne denke ich mal wenn man jetzt erst mal irgendwo anfängt und die ganze sache optimiert und das erstmal grundsätzlich verstanden hat wie es abgeht dann denke ich mal sind auch weitere optimierung denke ich keine keine große schwierigkeit mehr gut geht immer auf das patent von dem edwin gray ein der hat das am 17 juni 1986 mit der nummer 4595 975 veröffentlicht und das war eben halt auch so eine maschine die mit einem plasma effekt mit drei solchen kann man muss ich noch dazu sagen das hatte ich auch morgen morgen bei dem wiki talk meeting festival vorgestellt allerdings nur eben halt dort in dieser einfachen ausführung aber man kann natürlich wechselstrom haben wird auch drehstrom das ist ja alles eine frage der komforts gut auf jeden fall hat er dort damals in diesem patent eine sehr ominöse schaltung reingepackt aber halt einfach irgendwie kein richtiger elektriker und die schaltsymbole die dafür benutzt hatte und so weiter das war alles irgendwie nicht so ganz klar die fachwelt staunte der leihe wunderte sich und keiner hat so richtig verstanden was er doch eigentlich angestellt hat aber es gab nachher ein findigen ingenieur die hieß peter lindemann ich glaube aus kanada oder was war der der hat diese schaltung übersetzt und mit dieser übersetzung war es dann nachher möglich dort auch den qig zu verstehen was dahinter geht und so weiter und so fort weil letztendlich wenn man sich genug energie konverter systeme sich angeschaut haben haben die alle irgendwo eine gemeinsamkeit und diese gemeinsamkeit ist der schlüssel für das verständnis dieser systeme weil die kommen alle irgendwo mit was also von daher muss da irgendwo immer eine gewisse ja eine gewisse eigenheit sein das ist den nicht linear element zum beispiel und so weiter und so fort was eben halt dazu führt dass es sich in diese domain oder was es auch immer ist sich ein klicken kann und dort die elektrizität test hat damals ja auch feinstoff die elektrizität gesprochen entsprechend in diesem gruppstofflichen bereich für uns nutzbar wird gut und da gibt es eben die sache mit dem lichtbogen also es kann es noch mal so beschreiben was heißt das jetzt hier der lichtbogen hörte auf zu knattern und er wird zu einem leisen gleisenden leuchtenden lichtbogen was passiert hier gerade am besten ist es wohl so zu vergleichen sagte ich auch schon wie implosion mit explosion das kennen wir noch von schauberger das ist glaube ich eine ganz gute geschichte da kommen uns gedanklich rein denken das vorzeichen ändert sich und wir bekommen dann einen minus r widerstand wo nun die raumenergie einfließen wird das heißt ist also ein mit mitnehmer mit strömer effekt also wenig wie eine wassermühle die dann in den bach reingestellt wird und jetzt anfängt zu laufen so eine maschine könnte schon laufen wenn sie einen shop also kovicien over performance performance von 1,5 hätte damit sind die eigenverluste kompensiert das heißt eine so eine maschine müsste dem halt ein faktor von 1,5 haben damit sie sag ich mal erst mal laufen bleibt doch ziehen wir noch keine energie raus noch nichts aber das würde reichen damit sie sich selbst erhalten könnte der atomphysiker thomas birden hat eine sehr spannendes und auf den punkt gebrachtes buch oder eine mehr ein heft mit entscheidung das hatte ich jetzt eben schon einmal erwähnt das ist the final secret of free energy ist von 1993 die bieten das ist ein verlag wahrscheinlich ad as eine postbox po box 1472 hans will alabama 35007 aus dem februar 1993 so und da gab es noch mal eine neuauflage von 23 märz 1993 so und da sind jetzt diese schaltungen von denen ich schon ein bisschen geschworen habe so ein bisschen abgebildet und das ist letztendlich wenn man so ein bisschen als elektrotechniker sage okay das verstehe ich der geneigte elektriker oder der versierte leier kann da vielleicht auch noch was mit anfangen aber dann wird es wahrscheinlich auch schon ein bisschen dünn aber letztendlich geht es in dieser schaltung darum es gibt dort einen sogenannten kollektor der auch quasi so ausgeführt ist dass man wie bei dem kondensator ich das wünschen erwähnt habe anfängt eine gewisse statische spannung auf das heißt er füttert sich gewisser weise selber an und dann ist es so dass durch ein konversions prozess so muss man sich das vorstellen sich dieser kondensator ganz auflädt und dann kann man diesen geladenen kondensator seinem verbraucher zu führen oder seiner glühlampe oder was auch immer man da haben möchte und so wäre es dann möglich dort diese energie aus diesem vakuum fällt oder was auch immer genau sein soll heraus zu ziehen und daraus eben halt sein nutzen zu ziehen diese schaltung das ist hier zum beispiel als bild wenn man das nachhören möchte auf der seite sieben das ist die figur a1 da sieht man so eine steuerelektronik also ein so ein so ein timer das ist dann quasi so ein rechteckgenerator der entsprechend dort digital das war damals alles ein bisschen rudimentärer heute kriegt man das so ein bisschen einfacher alles hin weil die bauteile heute einfach besser geworden sind und da hat man dort eine entsprechenden zwei halbleiter in dem fall nennt man das ja mosfets end channels für den genannten ingenieur weiß es weiß jetzt was gemeint ist für den genannten nein kann man dazu vorstellen wie zwei schalter die ja gebrückt werden das kann man sich so vorstellen wie zwei schalter in reihe auf der einen seite kommt ein bisschen energie an wird ein bisschen angefüttert der kollektor und dann wird auf der anderen seite entladen der leistung und dieser kollektor da habe ich lange drüber nachgedacht ist das habe ich nicht so richtig verstanden wieso warum weshalb er hat damals einfach gesagt dieser kollektor besteht aus 98 prozent aluminium und zwei prozent iron also eisen und dann hatte ich mich gefragt okay wenn ich jetzt das so habe wieso nur zwei prozent eisen das ist unglaublich wenig habe ich nur zwei möglichkeiten das mit dem eisen hinzukriegen also wenn ich mir zum beispiel einen kondensator wieder vorstelle habe ich jetzt zwei platten das können aluminiumplatten sein wenn sie besonders dünn ausweizen wie zum beispiel alufolie was meiner küche kennt bin ich in der lage dort doch recht beachtliche ladungsflächen oder ladungsplatten zu bauen so es gibt zwei möglichkeiten für mich das eisen loszuwerden die eine möglichkeit ist ich mache quasi zwischen dem die elektrikum eine dotierung auf das aluminium und habe dort irgendeine struktur drin die dann dort entsprechend was macht das ist die eine möglichkeit die andere möglichkeit die ich sehe dass man in den kernen des folien kondensators kann man sich vorstellen wie sie zwei lagen die schule zwei wicklungen die in der mitte letztendlich einen eisen körper haben und wenn ich durch diesen kondensator eine energie schicke die einerseits durch die platten eine art von aufladung einen stromfluss und auch andererseits eigentlich wie eine wicke wie bei einer spule und das bedeutet ich würde dort einen ein bauteil haben was wie der kondensator noch spule ist irgendwas dazwischen und dieses bauteil hätte nach mein verständnis wieder einen nicht linearen effekt und das wiederum wäre für mich ein kandidat um die energie aus dem raum für uns wieder nutzbar zu machen also das ist so doch vielleicht eine möglichkeit um das irgendwie handhabbar zu machen also das ist mal ein bisschen nervig das ganze auf englisch muss lange drüber nachdenken um das was zwischen den zeiten steht was man vielleicht irgendwie so richtig versteht aufgrund dieser sprachbarriere das eben dann doch zu verstehen und das ist natürlich ein der vorteil wenn man es verstanden hat hat man es verstanden und dann gibt es auch kein zurück mehr ja und diese sache geht dann nachher noch weiter nachher weiter machen wir eine musikpause oder ja können wir gerne machen oder gibt es fragen bevor ihr da gerade ich höre gar nichts mehr ich dachte ich mache jetzt im monolog der hans gruber ist gerade hier reingekommen ins studio wer ist denn noch wer da fragen wie der jenner hat frage und dann würde ich sagen hans gruber jenner bitte ja hallo ja sehr spannend deine geschichte und das aufzeigen mit mit der energie ich habe da also ich spare mir das zum schluss noch mal auf die frage mit dem ultraleiter und diesen atom luftatom denn der sich dann aufteilt in drei moleküle und der eine teil dem halt diese raum energie also low energie abgibt aber das spare ich mir noch zum schluss auf ich gehöre dir noch sehr gerne spannend zu super nach kater ja dann geben wir doch den hans gruber das mikrofon guten abend du bist nicht zu hören schaue noch mal auf deine audioeinstellung geh noch mal auf anwenden vielleicht warst du zu lange auf dem server einfach nur konfiguration einstellung anwenden und dann solltest du reden können probiere das mal ganz kurz aus wie ich dir das schon einmal gezeigt habe kommt noch nichts nein steig ein und aus und dann hoffe ich dass das funktioniert dann würde ich sagen machen eine musikpause wenn der hans noch nicht einmal aussteigen heißt das programm beenden hans und wieder neu starten das programm dann solltest du da sein wenn eine mikrofone anstellungen stehen dann würde ich sagen machen wir player frei würde ich sagen und machen wir musik gleich weiter und wir haben jetzt glaube ich seite die hälfte haben wir fast die 88 von 22 also ein bisschen gas geben noch kann ich vielleicht noch erwähnen dies pdf nikola tesla vier batterie switch die 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 seite lässt sie nicht öffnen gut vielleicht ist es put irgendwann bin natürlich eine heile kopie ich muss mal schauen wunderbar wir können das ja noch checken es ging ja jetzt alles sehr schnell das hochladen der pdfs und da ist der hans grober noch mal holen wir doch noch mal rein hans grober versuchst noch mal nein du bist nicht zu hören dann solltest du auf dein mikrofon mal schauen dass es eingestellt ist wir machen jetzt musik und auf dem platten teller habe ich rose ballad voices und musik ab bis gleich ja und da sind wir wieder zurück auf okie talk noch mal ein senden weiß für morgen morgen bin ich direkt in wien in heilis zauberpark und dort gibt es ja 5g lösungsansätze wir begrüßen klar ist sie ist bekannt bei uns schon durch viele viele sendungen hier auf okie talk und steven 5g digitalisierung und künstliche intelligenz morgen ab 19 uhr auf okie talk und ich möchte noch mal bekannt geben wir haben eine gruppe heute habe ich auf gemacht auf telegram eine okie talk gruppe und dort hoffe ich dass diese gruppe sich so verhält ich sage es ganz öffentlich immer themen bezogen auch zu unseren themen die wir auf okie talk beziehen und wir wollen keine hetze oder irgendwas auch in dieser gruppe zu lassen das muss ich sagen die letzten gruppen die aufgebaut worden waren waren gut gemeint war eine katastrophe und wenn mir jemand noch einen tipp geben kann wie man diese gruppe auf stumm stellen kann oder wir machen noch eine gruppe auf wo es intern ist da danke ich dann natürlich über diese information dankeschön wie gesagt telegram ist die bessere alternative zu whatsapp und jetzt schauen wir mal ob der hans gruber sein mikrofon freigeschaltet bekommen hat franz ich gebe dir mal das wort mal schauen ob wir dich hören nein du bist jetzt nicht zu hören gar nicht ja ich musste mal wieder bei dir rüber schauen ich zeig dir das dann noch mal ich gebe dir ganz schnellen tipp konfiguration einstellung oben rechts dein mikrofon schau mal nach ob du auch einen stumm schalter hast an deinem mikrofon das kann auch sein immer erst das mikrofon einstecken und dann das programm starten und in die audio eingabe schauen so das war jetzt ein technischer support auch die technik ist ja heute bei uns heute geht es um zukunft und technik und matthias van taten bitte lieber dank klaus ja wir waren jetzt gerade stehen bei thomas bierden vor der pause und er hat ja dort verschiedene design vorschläge gemacht aufs final secret of free energy in diesem buch hat er das veröffentlicht ja atomphysiker und militär aus den usa und hat entsprechend dort einen entsprechenden hinweis design vorschläge in diesem buch geliefert das geht nachher so weit dass man dort entsprechend diese schaltung ja in einem close loop das bedeutet dass man das entsprechend da muss es ein bisschen galvanisch entkoppeln das ist ganz wichtig das habe ich gesehen design mäßig weil es gibt sonst eine art kurzschluss und zwar hat es mit mit phasenlagen wahrscheinlich zu tun also man muss da so ein bisschen was entkoppeln damit diese systeme dann weiter oder auch durchlaufen können ansonsten machen wir nur einen kurzen start und dann ist feierabend weil eben halt dann die phasenlagen dann nicht mehr richtig sind ja gut wir hatten dort über das aluminium gesprochen die 98 prozent und diese zwei prozent die in diesem speziellen kollektor sein müssen der bedauerlicherweise hier nirgendwo näher beschrieben wurde aber ich habe mir da jetzt auch was überlegt aber vielleicht kann ja auch irgendwo jemand sich da mal dranhängen und das irgendwie weiter herauskriegen also ich habe einfach mal jetzt meine gedanken dazu geäußert wie ich das sehr ja und dann kommen wir noch mal wieder auf max will zurück b gleich 0 dann ist dort auch kein 0 mehr in dem moment weil eben halt dieses system sich in einem nicht also ein nicht lineares element in dem moment darstellt dann passiert möglicherweise auch was anderes ja so es geht es weiter dieser nicht lineare effekt ist einfacher das heißt man könnte auch auch maschinen oder design einsätze machen wo nicht nur ein effekt drinne vorkommen kann sondern möglicherweise eine kombination das hat er damals auch gemacht hat ja entsprechende funken strecken hat und magneten daran gehabt hat entsprechend noch geschaltet heißt es waren rotierende funken strecken mit löschmagneten und einem was dazu mit her kam also das sind entsprechende design verbindungen möglich über die man sich jetzt möglicherweise noch nicht so viel gedanken gemacht hat aber bei der betrachtung wenn man den einen effekt verstanden hat kann man sie auch möglicherweise kombinieren und die effekte und effizienz weiter ja ausbauen ja dann habe ich auch in morgen seinerzeit über diesen kompletten schallplan nicht da hat da gericht hat das war das von green gray das system und das habe ich ja seinerzeit davor gestellt und auf dieses würde ich jetzt gerne noch ein bisschen weiter eingehen also das ist jetzt so der rest von dieser präsentation wo ich dann die arbeit von den peter lindemann genommen habe damals mit dem qg verschränkt habe und daraus weiter eine version entwickelt habe wo man sagen kann okay das sind heute unsere möglichkeiten weil es gibt andere bauteile wir haben dort bauteile die wir vor 20 jahren nicht gehabt haben die wir heute haben und dadurch ist es möglich dort abkürzungen zu gehen die damals technisch einfach nicht möglich waren weil sie die bauteile einfach nicht gab da musste man mit röhren arbeiten heute haben wir da entsprechende halbleiter die diese spannung auch schaffen also im kv bereich halbleiter die das schalten dann müssen wir keine elektronen hören hören haben oder thyrathons das sind schaltröhren ja das brauchen wir heute alles nicht mehr weil wir technisch weiter sind das heißt die geräte können sehr viel kleiner werden sie können sehr viel leistungsfähiger werden das heißt es sind keine großen klamotten mehr man kann sie alle doch verkleinern also miniaturisierung ist das thema und wenn wir das jetzt wirklich vollends verstanden haben wie welcher effekt zusammenfasst wie was wie gebaut sein muss damit dieser effekt die die wir haben wollen die wir wünschen sich vollends entfalten kann was ja auch in dem patent film edwin gray vom 17 juni 1986 oder 4 5 5 9 7 5 entsprechend dargelegt worden ist gibt auch super artikel dazu wo er damals das präsentiert hat in der öffentlichkeit das ding lief perfekt wurde auch zum patent angemeldet und hat es dann irgendwie geschafft nur er das geschafft nur wurde es nicht verstanden das was und das wie das ist das wo es klemmt heute und da versuche ich dann eben halt das irgendwie nachzuvollziehen und da hatte eben halt der doktor peter lindemann gleich sogar dabei weiß ich nicht entschuldigung weiß ich nicht mehr so genau kalter elektrischer kreis es gibt auch von den peter lindemann es ist zügig mit auf code electricity das sind entsprechend zwei film oder zwei videos wo er sich über das geheimnis der kalten elektrizität äußert das hatte damals von der feinstoffelektrizität gesprochen dann haben wir schon wieder zwei hinweise ich sage okay und dann kommt noch der steve aus kanada der ja auch entsprechend dort mit hochspannung und testa trabos dinge levitieren lässt und so weiter und so fort verspricht und der hat eben halt auch entsprechende dinge und sachen geliefert wurde erstaunt und der fachmann wundert sich aber es ist alles okay und das ist ja das was man ja leider feststellen müssen dass wir halt normal physiker haben und eben halt militärphysiker und die haben eigentlich komplett unterschiedliche aus das ist traurig aber ich hoffe ich jetzt niemanden auf den schlips zu treten aber bitte kümmert euch es gibt noch viel zu holen für euch ja und dann hatte ich da eben halt kalt elektrische stromkreis 2 vorgestellt wo ich dann entsprechend mit moderneren bauteilen diesen stromkreis oder diese schaltung abgeändert habe auf dem papier und ja dann eben dort kann man sich nach anschauen da habe ich dann eine hochspannungsgerät also im zeilentraube vom fernseher genommen da war führen so ein zerhacker mit relais spuren bis so richtig gefeuert haben und das gibt wahrscheinlich keine radiumkreis von 500 metern mehr funktionieren wenn das richtig gearbeitet hat geht ja heute alles nicht mehr können wir heute alles anders machen wir haben dort entsprechende transistorschaltung mit full zweiten modulation das ist dann eben halt noch auch wichtig um dieses rückströmen des lichtbogens so umzuschalten dass eben halt von diesem lauten knattern übergeschwirt werden kann in dieses glimmen das heißt damit kann ich dann den polaritätswechsel der plasma funken strecke eben so herbeiführen dass ich dann eben halt einmal diesen mitnehmer effekt habe und einmal nicht und dann kommt eben halt hinten dran noch ja eine zerhacker röhre drin das können wir heute mit halbleitern machen müssen wir heute keine rohren mehr haben wir müssen mittlerweile halbleiter die zwischen 2 und 5 kv direkt schalten können das ist natürlich sehr schön früher gab es nur relais kontrakte oder eben halt elektronikröhren zum schalten weil einfach dort die spannung zu hoch waren für halbleiter ist einfach durchgebrannt der strom einfach durch und fertig das ist jetzt einfach mittlerweile anders weil wir bessere werkstoffe bessere technologien haben um solche schaltelemente auch für diesen spannungsbereich haben zu dürfen ja dann sind da eben halt transformatoren und übertrager zu sehen ja also da ist auch der klassische transformator drin ich hatte seinerzeit gesagt oder vorgeschlagen man sollte möglichweise wie vieler gewickelte flachspuren machen weil die haben von der phasenlage immer null grad das heißt so wie es reinkommt geht es auch wieder raus ich hatte keinen kein dreheffekt und zum anderen kann ich mir dort eben halt auch in der flachschule super mittelpunkt anzapfen also wickelungen herausführen die beim sogenannten spartravo und so bin ich dann eben halt auch in der lage dort entsprechende anpassungen vorzunehmen in resonanzen oder energieauskopplung nützt nichts weiter mit 5000 volt raus das heißt ich muss dann da ja irgendwo eingreifen können und dort eben halt etwas herunter zu spannen damit ich das nachher in den sogenannten verbraucherkreis einspeisen kann aus diesem kreis kann ich dann wieder quasi den close loop geschlossenen rückflusskreis entsprechend bereitstellen um dann wieder die hochspannungseinheit wieder zu versorgen damit dann eben halt in die nächste runde gehen kann der prozess damit das system ja weiterlaufen darf ja dann haben wir noch ja dann eine abbildung von dieser älter funkenstrecke hatte noch ein bild reingepackt wo eben halt aus diesem youtube-video aus der schweiz von einem kollegen der dass der sublog gezeigt wo er das eben halt gezeigt hat die haben dort wirklich dann einen strom gestellt und dann also den innenwiderstand der spannungsquelle verändert und daraufhin hat sich dann entsprechend dieses laute knattern in dieses glühen ja umgeschaltet und dann saßen sie auch in den sachen drin also ist ein relativ langes video gewesen und haben sie auch eben halt eine energie dort gespürt so könnte man das sagen also es war keine energie dieser irgendwelche leuchtstoffröhren weiter hat im keller hat leuchten lassen nein das war einfach eine andere energie wahrscheinlich einen nick tropen also der nekentropische effekt bei dr claus vorkammer hat er auch entsprechend was zugesagt übrigens flach schwulen haben auch einen nekentropischen effekt das konnten wir dann auch schon nachweisen also haben wir schon versuche gemacht im keller bei ihm zu hause das war schon sehr interessant ja noch fragen das gebe ich mir eben eine chance hier ja zumindest der hans hat mich angeschrieben wer probiert es noch mal hans dann mikrofon ja also erstmal test bestanden prima entschuldigung in den konfigurationen war das gerät falsch ausgewählt also erst mal vorweg bitte unterbricht mich wenn das jetzt nicht passt weil du bist mit sicherheiten hervorragender techniker und deine ausführungen sind hochinteressant für ähnlich technisch interessierte aber meine fragen sind jetzt eher grundsätzlicher natur aber trotzdem sehr verbunden mit dem thema nämlich stichwort elektrisches universum und ich habe mich ein bisschen mit der ganzen geschichte auch befasst tesla wie groß geworden ist wie er plötzlich untergegangen ist wie gleichzeitig einstein groß geworden ist beziehungsweise gepusht worden ist von bestimmten kreisen und so weiter da gibt es einen hervorragenden mann der heißt paul dummer hat eine große website die vor allem diesem thema gewidmet ist ich habe das auch im chat verlinkt die seite und das interessiert mich sehr dass ich gehe auch gleich ganz ganz kurz auf den unterschied ein so wie ich ihn wahrnehme und dann korrigiere mich gerne wenn das nicht richtig ist ja ich mache vielleicht gleich bevor ich jetzt wieder in eine andere richtung gehe und zwar also tesla ist ja die primäre stimme für das elektrische universum er hat wohl nicht entdeckt das ist schon früher der fall gewesen aber er ist auf jeden fall der primäre vertreter und hat sich vor allem um die praktischen anwendungen auch gekümmert also laut einem großen forbes artikel gab es ja über 400 patente von tesla also das war ja nie ist ja eine totale untertreibung für den mann sage ich jetzt mal so und es gibt ja wohl auch das zitat von einstein der mal gefragt worden sein soll wie fühlt man sich denn herr einstein das größte genie der welt zu sein und hat er geantwortet das weiß ich doch nicht da müssen sie nikola tesla fragen also insofern war auf jeden fall so integer das zuzugestehen und es gab ja eindeutig ein großes spannungsverhältnis auch zwischen tesla und einstein also tesla war ja hoch kritisch gegenüber den primären theorien von einstein und wesentlicher knackpunkt dieser kritik scheint gewesen zu sein dass also tesla wie alle anderen vertreter des elektrischen universums und da gab es viele die sind ja in der zeit auch systematisch unterdrückt worden da gab es mal eine konferenz von 100 wissenschaftlern alle gegen einstein ausgesprochen ich glaube das war anfang der dreißiger das haben die medien einfach ignoriert sage ich jetzt mal so also einstein ist systematisch gepusht worden und tesla nach seinem fulminanten start ist dann irgendwie sage ich jetzt mal so kalt gestellt worden ja und wesentlicher kritikpunkt scheint ja gewesen zu sein dass also das ganze universum ist durchzogen oder durchdrungen von energie ja das ist ja auch ein uraltes konzept die inden nennen das äther und prana ja also akasha und prana die alten griechen haben es äther genannt und so weiter und es gibt ja auch durchaus einige aussagen von tesla wo er diese konzepte aufnimmt er hat ein großes fabel für den buddhismus laut der leiterin des museums in belgrad soll er in seinen briefen auch gesagt haben dass die religion die er wirklich bevorzugt vor allen anderen der buddhismus sei und generell für die altindische spiritualität hat er sich ja sehr interessiert weil es natürlich eine direkte verbindung gibt und das ist der hauptgrund warum mich das ganze thema auch interessiert weil das ist so mein persönlicher hintergrund auch und elektrisches universum ist natürlich eine eine wissenschaftliche grundlage für diese ganze altindische spiritualität wo es ja darum geht dass die im körper gebundenen energien freigesetzt werden so dass man sich selbst mit dieser universellen energie zunehmend vereinigt darum geht es im tantrismus im kundalini in der arbeit mit den chakras in der arbeit mit den energiekanälen und so weiter deswegen interessiert mich das so dass nur im hintergrund so und das war der hauptgrund haupt kritikpunkt an einstein das laut einstein ja eigentlich von einem absolut leeren raum ausgegangen ist also nicht einem energiegefüllten raum sowie einsteuer wie wie tesla das getan hat und das war ein wesentlicher knackpunkt und offenbar ist es zu dieser theorie vom gegrümmten raum bei einstein gekommen weil er davon ausgegangen ist dass das die schwerkraft auf den raum so einwirkt dass es sich grümmt weil die verdrehte des elektrischen universums sind davon ausgegangen dass es dieses medium der übertragung gibt nämlich äther oder akasha wodurch schwerkraft wird wodurch elektromagnetismus wirkt wodurch licht wirkt ja und deswegen ja das ist das übertragungs medium und einstein hat das sozusagen negiert und musste da mit solchen theorien kommen wie dann los ist er weg jetzt vielleicht ganz gut gehen wir auch einiges bisschen was darauf antworten von einer ganze menge jetzt noch ja gehen wir ruhig darauf ein ganz kurz unterbrechen passt schon ja 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 prima ich weiß nicht was das letzte war was man zu mir gehört hat aber alles gut ja gut also zum einen jetzt erstmal mit einstein also kannst du dir mal den kater angucken also wenn ich den josef kater vor dem ich auch immer spreche entsprechend zitiere wird einstein nach seiner aussage atomisiert mit seinen gedanken weil er hat wirklich die physik über 100 jahre ausgebremst er war ein richtiger bremsstein das war so kurz die aussage von dem josef kater und wenn man sich die sachen schrift so angeschaut hat kann man wirklich zu dem schluss kommen und das ist wahrscheinlich auch das was ich mir jetzt überlegt haben in ort normal bürger und vielleicht gibt es jetzt auch so etwas wie ein ort normal physiker unter einstein hat eben halt den ort normal physiker irgendwie eingeleitet und hat eben halt die ganzen wissenschaftler damals von der alchemie in all diesen dingen weggebracht meiner meinung nach und ist was natürlich auch sehr interessant ist dass in den sanskript texten was ja auch aus diesem bereich kommen den du angesprochen hast auch sehr viele technologien metallurgien vorrichtungen maschinen und sachen der beschrieben sende beschrieben und zu sehen sind als uralten sanskript texten original texten wo wir heute mal gerade in der lage sind diese metallurgien oder diese legierung die dort beschrieben sind zu verstehen und doch möglicherweise schon herstellen können also letztendlich hat es für eben halt diese hochkultur gegeben und ich denke mal dass eben halt dieses auf und ab gibt auch die zyklen im universum von aufgang und niedergang und das eben halt diese information von der letzten hochkultur dort niedergeschrieben worden sind dann wurde die schrift irgendwie vergessen oder keiner konnte nach einmal lesen oder richtig verstehen und jetzt finden wir so langsam wieder und kommen jetzt langsam gerade wieder zu diesem frühlings punkt es geht ja mal so rauf und runter im universum da gibt es ja auch das platonische raum jahren muss ein paar andere zyklen nach meyer kalender und was da so gibt und in dem kontext betrachtet denke ich mal hat ja auch nikola tesla auch eine rolle gespielt um eben halt auch dort als informationsvermittler oder auch als pionier könnte man schon fast sagen uns eben halt dieses know how zurück zu geben ja das glaube ich sofort also ich weiß jetzt nicht nicht nichts näher zu diesen techniken in den medien erwähnen aber dass er sich viel auf die wäden bezogen hat und konzepte wie brana akasha und so weiter ich kann auch gleich mal ein sehr prägnantes zitat von ihm aber es im englischen muss ich nach einer pause mal kurz übersetzen bringen also das war eindeutig diese verbindung von tesla zu diesen alten konzepten und das macht ja so spannend weil wie gesagt also in dieser ganzen ich nenne jetzt mal energie spiritualität die ja vor allem im alten indien beheimatet ist ja stichworte kundalini chakren nadis ja da geht es immer um energie die im körper gebunden ist gehemmt ist blockiert ist und so weiter und um verschiedene techniken die zu befreien ja und je mehr die befreit wird und aufsteigt deswegen ja auch das symbol der aufsteigenden kundalini desto mehr kommt es zu einer vereinigung mit dieser universellen energie und das auch wenn tesla da jetzt nicht detailliert darauf eingegangen ist aber es gibt genug zitate von ihm die andeuten dass er diese sicht geteilt hat ist der mensch imstande das zu leisten und das ist natürlich eine enorme revolution sag ich mal so des denkens ich meine wenn das wirklich ins breite bewusstsein eindringen würde das wäre ja eine ermächtigung des individuums ohnegleichen ja und genau deswegen ist er wohl auch unterdrückt worden von bestimmten kreisen also der paul dummer ich habe das verlinkt kann auch hier gleich noch meinen text den link bringen der geht da im einzelnen darauf ein wie also wirklich das parallel war einstein ist gepusht worden und tesla ist unterdrückt worden und da gab zum beispiel 1931 eine konferenz mit über 100 wissenschaftlern deutschen ja die ein sammelband gegen einstein herausgebracht haben ja die sind einfach totgeschwiegen worden so wie heute alle möglichen gerade sagen also was gerade sagen damit damals eine andere geschichte gehört das war auch irgendwie in zusammenhang mit tesla wenn er noch mal irgendwelche apparate oder irgendwelche maschinen dort vorgeführt hat war das so dass dieser apparat seiner gegenwart irgendwie funktioniert hat und wenn er den raum oder irgendwie das zwischen weiter verlassen hatte hat es dann irgendwie nicht mehr funktioniert also das würde möglicherweise das was du andeutet dort in diese richtung doch irgendwie doch ein bisschen futter geben ja klar klar aber mir geht es ja vor allem um dieses politische projekt der unterdrückung von tesla und des pushen von einstein aber das scheint bis heute relevant zu sein ich meine es ja nicht so dass einstein jetzt irgendwie wirklich kritisch betrachtet wird heute ja und laut diesem paul dummer ist es dann heute von mir dass ein steven hawking oder so vielleicht kannst du dem auch ein paar worte sagen der so ein bisschen die rolle von einstein einen das ist quasi also psychologisch gedacht laut paul dummer war es so dass das unglaubliche charisma von tesla und die revolutionären entdeckungen die ja die welt im prinzip wenn da nicht psychopathen dagegen gewesen wären mit freier energie versorgt hätten das heißt wir hätten heute ein paradies auf erden ohne irgendwelche konflikte aber da gab es eben psychopathen an der macht die da schwer was dagegen hatten und um dieses charisma zu unterdrücken und dieses vakuum zu füllen hat man einstein gepusht da gibt es eine andere sache die wollte ich ja auch mal darauf hinweisen ich habe meine andere geschichte gehört dass zum beispiel die sache mit kondalin alles was wir dort haben eine sache ist die eigentlich nicht zu eigen ist das gut eigentlich nicht direkt zu uns das wurde uns irgendwie auf aufoktuiert und es sind einfach techniken oder energien wenn zum beispiel der körper noch nicht so weit ist du schaltest da eine stärkere energie rein was passiert dann er verbrennt also von daher muss man auch mal schauen es gab auch damals in den usa wurden auch entsprechende kondalini gruppen und solche sachen gemacht wurden wirklich leute die doch nicht so weit gewesen sind vom bewusstsein oder wie auch immer die es dann gezündet haben und dann ist wirklich das gehirn verbrannt also das ist wirklich nicht ohne und diese energie auch das elektrische und solche sachen das hat auch mit cater mit den informationen zu tun und wenn wir eben hatten informationsmäßig nicht das bekommen was wir brauchen was wir haben sollten und dann einfach dann dort die energie drauf geschaltet wird dann fehlt uns das nötige programm also die software und dann wäre die kiste einfach ab die hütte und dann haben wir ein problem und deswegen ist es eben halt wichtig dass die information als es da sein muss damit du mit der energie umgehen kann und sonst geht es dir wie dem zauberländerling bei goethe weil der walle wasserweihe ja hundertprozentig richtig also ich meine deswegen das sagen auch alle vertreter also ernsthaften vertreter dieser energie spiritualität gibt es eine hochinteressante amerikanische tradition druckkammer wo man sukzessive also über regelrechtes programm langsam eingeführt wird und ich kenne mich ein bisschen aus mit den szenen also der wirklich was zu sagen ich bin jetzt kein schüler ich bin auf die relativ neu gestoßen höher den vortragen aber mit großem interesse zu und das hat auch der buddha zum beispiel ganz klar betont ohne eine grundlage das heißt einer entsprechenden festigung auf dem spirituellen weg in buddhistischer terminologie heißt das eine ausgeprägte ethik eine ausgeprägte ruhe des geistes und auch tiefe einsichten kann man diese energie nicht beheimaten wenn man die freisetzt das ist völlig klar und eben halt das worum es jetzt geht das heißt auch jetzt in diesem fall ist das auch so dass das ist dass die grundlagen dieser raum energie konverter also diese kleinigkeiten was braucht man jetzt dazu was haben wir herausgefunden was hat sich gezeigt dass man diese sachen beherzigt sicherheitsmaßnahmen habe ich auch am anfang quasi dabei gewesen was schon auch entsprechend alles vorgestellt dass dort auch entsprechenden sicherheitsdenken mit rein muss nicht dass einem so eine maschine dann irgendwie durchgeht und ich sie nicht mehr stoppen kann wieder zauberlehring bei goethe das ist eben halt wichtig dass man diese ganzen sachen so ein bisschen anschaut und dann kann ich jetzt vielleicht auch noch mal eben gerade ein bisschen überleiten in meinen vortrag wieder zurück das kommt mich jetzt ganz gut auch zu passt das thema einstein und auch was wir jetzt eben gerade so ein bisschen besprochen haben das ist eben halt die physik für die alternativen energie konvertierung und die finden wir bei einem herrn kater und da gibt es zwei bücher die ich dort favorisiere das ist einmal die erichwurzgebiete der lebenskraft die erreich von life force die ist es von 1996 da gibt es ein zweites buch von ihm auch vor dem kater die ultimative realität teil 1 von 1999 in diesen beiden büchern werden auch solche dinge wie du sie bisschen angesprochen also wilhelm reich und auch ford und ein paar andere wissenschaftler kommen da drin zu werden vorgestellt aber auch testern natürlich der wirklich sehr honoriert ist und wie gesagt einstein ist sonst spüren kicker so ein kleiner blödmann das um das mal so ein bisschen salopp daher zu sagen also auf dem niveau wird er dort entsprechend gehandelt auch gesehen von ihm und dieser herr kater hatte seinerzeit das problem oder die ehre gehabt für die amerikaner eine art mondlandesystem zu bauen das kann man jetzt mondlandung hin und her und egal es geht letztendlich darum dass die amerikaner nicht mit dem zeug auf dem mond runter gekommen sind oder gelandet sind mit dem sie vorgegeben haben gestartet zu sein also ich halte das für eine riesengroße fakeshow bei kater selber war der ingenieur der die mondlande fähre gebaut hat und er selber hat ganz klar gesagt ich habe dort ein elektroantik gravitations antrieb eingebaut keine probleme mit von ellengürtel strahlung alles geschichte ich habe elektromagnetischen schutzschild rotierter art ähnlich wie merker war technologie ist kommen gleich wieder ein bisschen in deine richtung und folgedessen war alles gut aber die amerikaner haben gemauert und wollten eben halt der welt nicht mitteilen dass sie sich nebenhalt mit flug steil technologie eingedeckt haben gerade aus dem netzen krieg und irgendwie technologie dort assimiliert haben und für sich umgesetzt haben das heißt sie haben dort werner von braunheim genommen das kamen ganz und dann haben sie dort eben entsprechend dort diese raketen show abgezogen das ist meine meinung dazu aber letztendlich gab es noch ein anderes buch von gerivacillators das ist so los seins die komplett edition und da geht es ihm halt komplett um diese texter technologien ist leider wieder in englisch die anderen beiden bücher sind in deutsch hervorragend und das kann ich wirklich jeder lesen und die findet man auch zum beispiel viele welten punkt at das ist so eine interessante seite da sind sehr viele interessante bücher auch im pdf form kann ich nur jedem empfehlen da mal vorbeizuschauen da findet jeder was versprochen wirklich jeder was was ihn interessieren könnte nicht nur raum energie auch andere sachen auch spirituelle themen werden da auch behandelt sehr interessant für alle sage ich so und die raum energie bewegung des ethers da hatte ich jetzt hier auf der seite wo sind wir jetzt hier auf der seite 13 eine kleine animation hatte ich in bank auch gezeigt und das habe ich von jemand übernommen das ist dann von einem physik skala vektor port von rick anderson skalarmathematik und da geht es jetzt auch um das was wir eben schon so ein bisschen angesprochen haben darum ist nicht alle das kann man ganz klar sagen ansonsten hätte die volder sondern das problem gehabt ihre funk bilder durch den leeren raum zu funken zur erde wo kein medium ist geht nichts durch also das ist völliger quatsch dass es dort nichts gebe weil ansonsten hätte jedes funksignal von einer sonde nicht die chance zur erde zu kommen weil wo ich nichts übertragen kann gutes beispiel ich schmeißen stein ins wasser sie dann die welle und ich meistern quasi von dem satelliten der funkwelle raus durch den äther und die welle setzt sich in dem äther fort und erreicht irgendwann die erde so also wenn da nichts wäre nichts ist dann gäbe es auch keine übertragung also von daher kann man auf an dem punkt bereits erkennen dass die negi zu ende man das wirklich wirklich ernst hat die negi und da hattest du ein aussetzer noch einmal du hast gesagt die negi mehr habe ich nicht verstanden warst du weg herrung es gebe keinen äther das kann man dann entsprechend es ist blödsinn weil sonst würde dort einfach keine funk welle von der waldscher sondern die erde erreichen können wenn man ist negieren würde dass es dort nichts gibt es sei leer na sind äther negiert das muss ja irgendein medium irgendetwas da sein wo sich eine funkwelle drin fortbewegen kann ähnlich wie ein stein der ich das wasser schmeiße eine welle sich auch fortbewegt irgendwann an brandet am strand so ist das gemeint danke ja das ist so die raumbewegung des äthers hat er hier animation und ich hatte es auch man gezeigt das war eigentlich relativ gut zu verstehen finde ich und es ist eben halt so dass diese konditionierung das einstein wurde eingesetzt meiner meinung nach um eben halt verschiedene leute wirklich gegen die wand zu knallen zu lassen frei nach dem motto wir werden die leute ein geistiges gefängnis und schmeißen den schlüssel weg oder guck mal was passiert nämlich nichts so und jetzt gibt es halt noch ein bisschen weiter dieser ganzen geschichte bis auf der seite 14 kalte elektrische stromkreis teil 2 so da habe ich jetzt mal so ein bisschen um das müssen weiter anzufüttern aus was für komponenten könnte denn so ein konverter bestehen oder was könnte man denn da ist so brauchen muss man ein bisschen praktischer wird handhabbarer zu machen so kann ich anfassen kann ich begreifen so müssen aus der kategorie ja da habe ich jetzt einmal eine hochspannung oder ein halbleiter der eben halt in der lage ist hohe spannung schalten so eine spannung zwischen 3 und 5000 volt dass ich dir irgendwie an und ausschalten kann das ist ein schalter das ist irgendwie hinkriegen kann ein hochspannungs trago brauche ich die beiden wie viel lag gewickelten flachschulen wo ich den auch einen hohen isolationswiderstand zwischen den einzelnen windungen habe es gibt ein isolationslager hat irgendwie mein kollege großbritannien gefunden der hat eine isolationsfestigkeit von 12.000 volt von einer windung zur anderen das ist unglaublich viel und das wäre natürlich eine super möglichkeit um bauteile oder hochspannungs bauteile auf räume kleiner dimensionieren zu können ohne dass es dort isolationsprobleme gibt also das wäre ganz wichtig wenn man solche geräte miniaturisieren möchte und irgendwie was erreichen möchte ansonsten wird immer auf einer schubkarre geschoben werden müssen das ist auf die dauer ein bisschen unpraktisch ja dann haben wir dort eben halt kondensatoren das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet den metallpapier kondensator es gibt glimmer kondensatoren es gibt so viele verschiedene kondensatoren die haben alle verschiedene charakteristika also kondensatoren lange kein kondensatoren was weißen kondensatoren ist also da gibt es verschiedene ausführungen keramische elektrolyt und so weiter und sofort mit glimmer und es gibt da die mannigfaltigsten ausführungen und auch entsprechenden elektrolyte drin und so weiter also das ist wirklich ein großes thema und da ist auch noch viel forschungsbedarf um da weiter zu kommen tesla hatte damals auch in seinen patent schriften auch becher kondensatoren aller fahrradale gehabt er hat er dort 200 liter tonnen gehabt gefüllt mit salzwasser wo dann wirklich die leute dort diese ölfässer auf gerüste so rauf und runter gestellt haben und eingedockt haben und so haben sie halt die kapazitäten verändert also das waren wirkliche wirklich große kisten worden das ja dann kommen wir dann als nächstes etwa grace konversionsröhre das heißt edwin gray hatte seinerzeit wirklich den schlüssel in der hand gehabt für diesen sogenannten negativen widerstands habe ich erst viel später verstanden was er da nicht gemacht hat das war nicht eines der hauptprobleme dass er da irgendwas gebaut hat aber ich nicht genau wusste was geht da ab bis sich das video gesehen hatte mit diesem plasma einmal laut und einmal leise das war sage ich immer so der schlüssel dann kam ich dann schon ein punkt langsam zum nächsten und was da eben halt dann passiert ist bei der konversionsröhre die der edwin gray dort gefunden oder kanal wo das ding hat genutzt hatte dagegen ist jetzt endlich auch darum diese raum energie ja anzuzapfen das machen diese teile das ist letztendlich das ventil das ist die schnittstelle und über diese schnittstelle ist man in der lage eben diese energie in seine in der von dem elektrischen universum zu überführen also vom feinstoffen universum ist gruppstoff liche in dem wir uns befinden sprechen dann nutzbar zu machen darum geht es dann so bei dieser ganzen geschichte ja jetzt gehe ich mal weiter das geht jetzt hier weiter auf die seite 15 so dann sehen wir als nächstes die hochspannungsröhre da habe ich einfach mal so eine glasröhre hingestellt und eine kleine schaltung daneben dass man einfach mal so sehen kann wie für aufwand ist das so ungefähr gut wir haben es mittlerweile halbleiter das heißt es ist noch einfacher geworden das hatte ich zu dem zeitpunkt noch nicht gekannt weil krieg ich eigentlich immer alles sofort mit etwas jetzt gerade neuen bauteilen rauskommt aber neulich hatte ich mich mit jemandem unterhalten der sagte mir okay es gibt mittlerweile halbleiter die das schaffen 3 bis 5000 volt wirklich wie so ein transistor artiges bauteil schalten zu können ich sage ich kann ich noch nicht und dann brauche ich keine röhre mehr sehr wunderbar dann kriegen wir die ganze sache noch sehr viel leichter und sehr viel kleiner hin ja gut dann gibt es eine kleine schaltung dazu und dann muss man eben halt das signal das kann ich auch noch mal kurz erwähnen welches signal man das so verreihen schiebt das sind ungefähr 100 kilohertz die dort in dieser schaltung verwendet werden und dann ja du die seike also 50 50 rechtecksignal das haben sie dann da reingeschoben und damit wird dann diese pulsierende hochspannung das ist eine gleichspannung von 12 kv oder fünf kv was man da auch mal reinschieben möchte ich nach größeren ausstattung wird das dann eben halt geschaltet weil ich dann keine hysterese verlust das ist ganz ganz wichtig also nicht mal die sinus will ab habe ich mal plus minus also das was ich aufbaue hole ich dann aus der nächsten welle rauf für frühstücke das gleich wieder also das kannst du nicht sein dass es macht so keinen sinn konverter zu bauen weil ich hatte immer dort historische verluste das macht keinen sinn aber jetzt kommen wir zur flachspule und zwar zu der wie vieler gewickelten flachspule und wenn wir dort wirklich dann eine isolations stärker haben von einer erwendung zur anderen von 12 kv dann das ist ein 12.000 volt das ist unglaublich viel eisendraht nebeneinander und ich habe da eine isolations festigkeit von 12.000 volt das ist unglaublich stand wahrscheinlich irgendein militärdraht zu sein anders kann ich das nicht erklären normale kupferlackgeräte die schaffen also 2 3000 volt dann kann man sich schon freundin der schaffen es ist unglaublich und dann kann man ansprechen durch wicklungsaufbau isolationsflächen dazwischen von einer lage zum nächsten kann man schon was machen aber dass sie das von sich aus mitbringen das ist schon was sehr besonderes aber bei einer flachspule ist das natürlich wichtig wenn man klein werden will ansonsten ist es eigentlich keine so große sache da reichen auch drei bis viertausend volt weil ich habe einfach größere bauteile und dann habe ich da entsprechend auch die krieg strecken und gibt es da keine spannungsprobleme ja die flachspule sie ist eine sehr ungewöhnliche hat sehr ungewöhnliche eigenschaften einen sich also wenn man zum beispiel eine flachspule nimmt und der pulsierenden gleich strom reinpackt hat das selber mal ausprobiert habe da auch entsprechende versuche gemacht und wenn man dann mit einer schnüffelspule so habe ich die mal genannt das ist eine ganz normale kleine zylinderspule mit einer bipolaren leuchtdiode das heißt wenn ich den strom von plus nach minus in der einrichtung durchlaufen lassen und leuchtet zum beispiel der grüne anteil in dieser diode hole ich das um dann ist die andere gesperrt und dann ist die rote zum beispiel an so kann man sich das ding vorstellen und eine kleine zylinderspule da wo es angeschlossen ist und da bin ich mit dieser kleinen spule das zwei zentimeter große kleine zylinderspule über diese aktivierte flachspule gegangen und da haben einfach fast gesehen also sieht man zwischen diese elektrodynamik die in so einer flachspule passiert das ist eine sehr interessante sache aber am anfang anfängt sieht man da wirklich nur den einen anteil das heißt jeder mit dem pulsierenden gleichstrom rein gehe ich weiter in dem mittel kommt auf einmal die andere seite dazu das bedeutet dass ich mit einer flachspule die ich quasi nur mit einem pulsierenden gleichstrom anschubse letztendlich im weiteren verlauf daraus wirklich ein vollwertiger sinus wird das ist eine sehr wichtige eigenschaft und wenn ich zum beispiel so eine flachspule rechts rotierendes stromfeld pulsierend rein gebe produziert sie auch ein sehr starkes skalarfeld neulich hat mir das irgendwann jemand gesagt dass zum beispiel radioaktivität mit so einer rechtspolarisierten skalar geschichte sie wirklich auffrisst also von der radioaktiven nix über die wird einfach gefressen und dann ist die geschichte also kann man relativ schnell strahlung angeblich mit neutralisieren habe ich ausprobieren können mir fehlt ein radioaktives material um es ausprobieren zu können also bis jetzt ist alles eine schnöde theorie aber kann ich mir gut vorstellen das ist auch so bei wilhelm reich so wenn da eben die sachen irgendwie geordnet werden dass das ganze sind auf einmal weg oder neutralisiert werden könnte 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 ich mir vorstellen ja flachspulen haben noch eine weitere geschichte wie gesagt sind skalal sender und empfänger das heißt ich habe einer flachspule starke skalal signale senden oder auch eben auch energie empfangen das ist ja das was hier damals zwischen tesla und herz gelaufen ist das heißt test hatte ich so den skalaren anfang vorgenommen von der elektromagnetischen welle und herz eben halt den sinusartigen verlauf das war für ihn interessanter also man kann sich das vielleicht sowieso vorstellen bei einer skalarwelle ist es sowieso wie kornzieher der dreht sich dann so durch die luft durch und der herzliche anteil das ist eher so eine wellenbewegung man so ein schnitt von der seite sieht wo das so gleich so rüber läuft das andere ist eine kornzieher eine schraubenbewegung und das andere ist wirklich wie ein sinus so eine wellenbewegung das ist glaube ich so der markanteste und der geschieht dieser beiden anteile das heißt ich habe immer einen skalaren anteil und ein herz ist anteil in jeder spule und wer es mal ausprobieren möchte der kann man wirklich mit seinem handy in die tiefgarage gehen und da immer eine verbindung kriegen das liegt nicht daran dass er dort den herzlichen anteil nutzt nein es ist das skalarer anteil und er lässt sich durch beton nicht abschirmt durch das interessiert ihn gar nicht das macht einfach so ja deswegen kann man dort auch hochenergie also worten cliff und solche sachen die ganzen towers was er dort gemacht hat er hat dann eben halt diesen selbst verstärkten also magie fahrt trans oder transmitt oder irgend so hieß dass dieser fachbegriff in der geäußert hatte seiner zeit weiß ich ob jetzt weiß ich auf der einen seite 1000 watt rein und auf der anderen seite kann ich ungefähr 10.000 watt dann ab nehmen das auch damals das problem warum er dort gebremst worden ist weil stromzähler macht dann irgendwann keinen sinn mehr und das war eben halt der grund warum man ihn da ganz sanft hat auf granit laufen lassen und das war so das problem dass er das herausgekriegt hat und das sollte die welt eigentlich nicht wissen weil glaube ich die morgen hatte gerade unglaublich kupfer mehr investiert und wurde kupfer verkaufen und er wurde kabel und solche sachen verkaufen und eben leitungen verkaufen und das brauche ich alles gar nicht mehr und fand er nicht gut also musste man das irgendwie anders machen das ist dann eben halt so dieser film der stromkrieg also da gibt es sehr viele nette anekdoten drinne aus denen ich jetzt gerade so ein bisschen berichte ja gut auf jeden fall das ist eben halt so in dieser flachspule kann man dann eben halt auch noch andere sachen machen wenn man zum beispiel richtung antik gravitation solche sachen guckt also bei kater mit bestimmten frequenzen wurde das ja auch so beschrieben das heißt die frequenz für elektroantik gravitation ist eine eigenschaft des raumes ist eine schwingung und das ist eine frequenz liegt zwischen 70 gigahertz und einem terahertz das ist so die schwingung das ist so unterm radar und über die ultravioletten bereich so das ist so ein fenster ist da und wenn man eben halt dort diese schwingung aktiviert setzt dann eben halt dieser verdrängungseffekt ein und die schwerkraft verliert dann quasi den einfluss auf jeglichen physikalischen gegenstand das kann man sich bei john hutcherson anschauen der hatte auch mit hochspannungstester transformatoren eben halt mit zwei geräten gearbeitet hat dann dort aus da sieht man die kanonenkugel und das kaugummi und die eiswaffe dann so wegschweben und er sollte irgendwie mit zwei großen testa transformatoren bearbeitet haben also testa travos die er ausgerichtet hat und dann eben halt eine kreuzpunkt triangulation wegen sowas gemacht hat wurde eben halt auf den körper zwei unterschiedliche testa hochspannungsfrequenzen gewirkt haben und dann wurde eben halt dass die kraft die gravitation sorgt verdrängt ausgekoppelt und so deswegen sollten diese teile limitiert haben das ist glaube ich so die kurzfassung von dem was da irgendwie passieren soll ja gut auf jeden fall wenn es näher interessierte kann sich bei john hutcherson kanada sich auf seiner homepage einmal umschauen und dort diese sachen näher betrachten ja dann habe ich jetzt hier auf der seite sechs wollen wir bevor wir auf die nächste seite gehen doch noch mal eine musikpause machen ja waren noch so vier seiten danach haben ein offenes bricht wenn es dann gewünscht ist ja wir können auch noch das letzte durchziehen keine frage und bevor wir dann ins offenen talk gehen dann würde ich sagen machen wir dann die musik gut okay ja du bist weiter dran ach so ich dachte gibt es musik okay ich dachte das ist so verstanden gut es gibt es auch eben halt die kondensatoren typen hochspannungskondensatoren hatte ich jetzt hier auch so gehabt da sieht man jetzt mal so ein bild von so einem teil das sind relativ große bauteile auch physikalisch und neue werkstoffe und möglichkeiten ermöglichen auch dort ein möglicherweise eine miniaturisierung wenn man das nachher näher verstanden hat den prozess worauf es wirklich ankommt bis jetzt haben wir dann wirklich so ein bisschen diese beginner phase weil uns 450 jahre know-how und das machen wir nicht über nacht weg ja auf der seite 18 da sehen wir jetzt was ich auch in mons gezeigt habe edwin grays konversion so was heißt es dort der aufbau gezeigt wie er diese spezielle röhre könnte man schon fast sagen aufgebaut ist und was man machen muss um dort dieses tor zu öffnen um das so sagen darf um an den elektrischen universellen energie kreislauf sich eindocken oder ankoppeln zu dürfen da ist auf der einen seite eben halt noch mal dieses feld zu sehen was ich dort entsprechend von dem andersen da seinerzeit gefunden hatte auf der homepage wo daneben also diese raum bewegung das kann man sich so vorstellen wie so eine wellen artiges um klappen was eben halt diesen äther wie eine wasserwelle am meer entsprechend durchläuft diese energetische welle kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen man kennt ja die wellenkraftwerke am meer diese kraftwerke nutzen ja die das delta des wellenhubs auf und aus und bringen dadurch ja eben halt dort eine kinetische energie zur wirkung wurde eben luft durch eine tobise an turbine anschließend geblasen wird das kann man sich vorstellen wie so ein blasebalk wo dann eben halt der blase bei den muss ich nicht mit dem fuß drücken sondern das machen die wellen und dann wird eben halt luft modelliert und das wird durch eine turbine gejagt und diese turbine macht daraus aus über den generalstrom das ist jetzt so mal dieses andere bild das ist das mechanische aber für jedes mechanische bild gibt es ja eine entsprechende feinstoffliche art oder elektronische art das ist nur vom einem was man kann darüber kommt in dieses verstehen auf der anderen seite und der äther tut dieses auch und dieses rein strömen wenn ich jetzt eben halt dort diesen druck raus nehme wenn ich dort den strom verändere ist es eben halt möglich dass ich eben hat durch dieses plasma dort diese wellenbewegung des äthers mit einfließen lasse und so bekomme ich dann eben halt den fluss von der feinstofflichen elektrizität runter in meinen grobstofflichen elektrizitätskreis das ist so das was so diese röhren hier so anstellen und diese röhre ist im wesentlichen aus mehreren rohren aufgebaut wenn man da so drauf schaut wir hätten außenrohr mit der innenkante und innen drin zwei röhren und in der mitte der funkenstrecke wieder mit einem kohle widerstand das bedeutet um diesen feinen stromfluss sie nicht dort durch die pulsweiten modulation zum beispiel mache das ist nicht viel das ist ein bruchteil muss ich den strom über diesen kohleschicht widerstand der vor der funkenstrecke liegt entsprechend so hoch haben wie widerstand dass sich das einstellen kann dass ich das modellieren kann dass ich dort diese diesen feinen fluss einfangen kann und den entsprechend dann in den grobstofflichen kalten stromkreis nach peter lindemann entsprechend dort meiner übertragungsstrecke der nutzung der elektrizität hinzuführen kann was dann auch immer mit passieren soll also ein elektroauto zum beispiel könnte man damit auch betreiben sollte ich kann keine große geschichte sein es ist nur die frage viel muss und wer da sein wie muss er angepasst sein damit die nötige leistung auch bereitstellt also da gab es ja einmal den ps aero damals zwei damals der sportwagen zu teslas zeiten und da sind wir von new york nach buffalo gefahren zum niagara zu den wasserfällen und zurück den herrn jebens habe damals noch persönlich kennengelernt für das buch was er damals noch veröffentlicht hat habe ich dann persönlich die bilder mit ihm gemacht also das ist aus meiner hand für die leute die dieses buch vielleicht haben da habe ich auch mit dran gewirkt oder mitgearbeitet ja und jetzt ist letztendlich so dass diese röhre würde sonst jetzt noch jetzt pause machen oder noch weitermachen klaus wir jetzt gerne ja du wenn du noch bevor du in offenen talk ist und noch gerne ausführen möchte sein und du brauchst jetzt zur pause das kann ich verstehen das ist deine entscheidung ist okay ich mache jetzt nur eben halt weiter weil es geht jetzt gleich weiter dann bin ich jetzt im fluss drin deswegen muss jetzt die pause ist hier mache ich gerne weiter weil diese röhre die gibt es dann nachher bei edwin gray wenn man so möchte ist das jetzt so die einphasen ausführung die ich jetzt gerade so angesprochen habe und er hat das ganze letztendlich nachher auf drei phasen gemacht das heißt dieses gerät was er dort konstruiert hat hat drei phasen zur verfügung gestellt was ja aus heute technischen applikationen ja uns deutlich entgegenkommt dann kommt auf der nächsten seite noch kurz auf einmal auf der 18 kurzen schaltnetzteil drinnen schaltnetzteil deswegen weil es eben hat keine 50 hertz zu erwarten ist das heißt wir haben dort keine saubere langsamen frequenzen sondern wir haben dort puls ströme die mit sehr hohen frequenzen wahrscheinlich daher kommen und deswegen ist ein elektronisches schaltnetzteil dort die bessere wahl weil der technische wechselstrom im normalfall dort sowieso zugleich um modelliert wird durch brückengleichrichter an der siebstufe ist es auch hier eine schlaue überlegung weil das wird ja sowieso wie ein kauderwäschter einkommen und das kann ich dann entsprechend über den brückengleichrichter und der siebstufe stabilisieren und kann dort meinen technischen gleichstrom wie ich ihn brauche für meine elektronische schaltung dann zur verfügung stellen deswegen hier das schalten jetzt teil und keinen normalen transformat so jetzt kommt diese schaltung gleich ja es kommt noch mal so ein paar bauteile sich jetzt gerade so wie funkenstrecke ist der funkenstrecke aus da gibt es noch magneten drauf also das ist wirklich für leute die noch nicht so viel ahnung haben dass sie sich einfach mal sich so was angucken können das denn dort zu sehen auf der seite 20 von 22 und das gehe ich noch mal eben ein weiter genau so und auf der seite 21 ist jetzt endlich der komplette schaltkreis dieser vorrichtung wie sie damals auch im vortrag vorgestellt habe noch einmal zu sehen wo alle komponenten für so einen konverter nach von edwin gray jetzt so ein bisschen aktualisiert also nicht mehr ganz so grob grobe bauteile sondern als ein bisschen modernisierte alles zwischen klein haben zwischen zwischen handlicher gemacht was man da so bräuchte um so etwas jetzt mit den bauteilen wo ich jetzt schon wieder abwerten machen müssen weil wir haben jetzt schon keine röhre mehr kann ich schon wieder ein halbleiter nehmen das heißt es würde jetzt sogar noch einfacher gehen also da bin auf der seite 21 kompletten schaltplan abgebildet immer noch im kontext zum QEG um wirklich zu zeigen worum es dabei geht also der QEG ist wirklich meiner Meinung nach noch nicht wirklich richtig verstanden worden von den leuten die nachbauen wollten und ich denke mal hier an dieser stelle die leute sollten noch mal drauf schauen vielleicht haben sie es dann einfacher da bauen sie sich gleich einen rotowärter oder sie lassen das ganze mechanische bleiben und machen es gleich elektronisch das würde wahrscheinlich auch einfacher sein und man hebt sich auch keinen bruch weil die Maschinen deutlich kleiner und leichter ja so es geht noch mal auf die letzte seite was haben wir da noch auf der seite 22 ja da habe ich jetzt zum schluss noch mal die verschaltung von Edwin Gray also diesen Motorgenerator diesen E-Motor was er dort gehabt hatte das ist so diese drei Phasenausführung da sieht man zum schluss noch einmal wie es eben halt sein müsste wenn man wirklich technisch drei Phasen wollte das wird dann dort entsprechend auch so ein bisschen skizziert wie dieses System aufgebaut sein müsste statt jetzt mit einer Röhre hat man nachher drei drinnen und auf 120 Grad versetzt so eine so eine Schaltscheibe wo dann eben entsprechend diese technischen Bedingungen erzeugt werden über Dioden und Kondensatorstufen nachher im Stromkreis und das dann entsprechend für unsere Systeme wie wir sie heute brauchen entsprechend anzupassen das sind auf der seite 22 drauf die Drehstrom Ausführung von Edwin Grays Erfindung die er dort gemacht hat und wenn denn die Leute Interesse haben sich da irgendwie reinzudenken können sie gerne auf uns zukommen oder auch auf mich wie nachdem wie wir das noch anhaben wollen und jetzt bin ich jetzt erst mal mit dem Vortrag soweit durch und können jetzt eine Musik machen und danach kommen noch ein bisschen reden ich bin da was war deine Frage wir können jetzt eine Pause machen ja gerade bin ich gestört worden und dann bist du fertig mit der Ausführung das ist live hier auf Okie Talk ja machen wir jetzt eine Musik Pause und dann gehen wir in den offenen Talk und ich habe jetzt den Song extra ausgesucht Berufung denn es geht hier heute um Technik und es gibt verschiedene Menschen die verschiedene Berufungen haben und Seum ist einer der sehr gut darüber singt und ich sag mal Seum Musik ab Patrick Kamera schön dass es dich gibt ja und da sind wir wieder zurück ja die Berufung auch Nikola Tesla hatte seine Berufung und heute ist der Geist irgendwie hier auf Okie Talk mit Matthias von Taden und euch natürlich ihr habt noch Zeit anzurufen das letzte Drittel sage ich jetzt mal der Sendung hat gestartet Telefon für Österreich 0043 das ist das Festnetztelefon aus Österreich dann geht es weiter mit 720 5181997 ja und Matthias eröffnen wir doch mal den Talk wir werden mal die User hier alle mal raufziehen ich werde sie auch alle gleich begrüßen auch der Bleistift ist bei uns der Jack ist bei uns die Pia ist da Pia als erstes natürlich Pia und der Robert und Pia du hast als erstes geleuchtet und ich gebe dir das Mikrofon lieben Dank das war sehr spannend allerdings bin ich nur eine Nutzerin nicht die Technikerin deswegen habe ich da noch eine Frage lieber Matthias du hast so schön vom praktischen her gesagt dass Radioaktivität neutralisiert werden kann wie ist es jetzt mit der neu kommenden Strahlentechnologie äh als Strahlenschutz vor beispielsweise der 5G dem Wi-Fi dem Mind Control den Mikrowellen hast du da etwas bereit? naja ich habe da eine hübsche Idee letztendlich ist dort der Wardenclyffe Tower von Tesla eine mögliche Antwort letztendlich ist es so dass wir dort ein Spektrum von Frequenzen haben das kann man sich so vorstellen wenn man sich die Frequenz Parameter von X Hertz bis sonst wo anschaut steht an jedem Punkt quasi ein kleiner Zwerg mit einer kleinen Trommel und die Trommeln alle gleichzeitig und wenn ich jetzt dort auf einem Frequenzband dort nur etwas sende habe ich die Möglichkeit wenn ich so ein Wardenclyffe Tower habe weil da Trommeln alle Zwerge Milliarden von Zwergen alle gleichzeitig und dadurch wäre es vorstellbar dass es einen Verdrängungseffekt gibt Skalarwellen hatte ich schon einmal erwähnt und den herzlichen Anteil und so wäre es vorstellbar dass man so eine Art Schutzraum um so einen Wardenclyffe Tower hätte der dann einem dort einen Raum zur Verfügung stellen würde der eben halt von diesem Frequenzbereich was da gesendet werden würde zum Beispiel 5G oder was auch immer entsprechend frei gehalten wird man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Schutzgruppe könnte man sich was vielleicht vorstellen also man kennt so etwas von Enterprise da haben sie einen Schutzschildgenerator das ist ja letztendlich ein rotierendes elektromagnetisches Feld da wurde ja ab und zu ja auch immer gesagt okay wir müssen die Frequenz modellieren vom Schutzfeld und so weiter dass da keiner so richtig durchkommt und so weiter und so fort letztendlich ist es das was genau betrachtet und es wäre natürlich auch vorstellbar wenn man dort eben halt entsprechende Geometrien von Schwulen da muss man sich natürlich ein bisschen über Schwulen Geometrien ausgucken anschauen wie sieht eine Flachschwule zum Beispiel aus die baut ein torusartiges Feld auf und wenn man da eben halt ein breites Spektrum durch diese Flachschwule senden würde wo ja jedes Signal zu einem super sauberen technischen Sinus umgewandelt würde würde dort von einer Stelle das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen ist wenn man mit einer Maschinengewehr quasi über einen Punkt ins Wasser schießen würde und es würden sehr sehr viele Wellen um diesen Bereich herum passieren und alles was von außen angeschwappt käme wenn man von außen herum irgendwelche anderen Steine reinschmeißen würde in diesem Bild würden diese Wellen die diese Steine im Wasser auslösen gar nicht mehr zu diesem Zentrum weil eben halt dort die Frequenzen oder der Äther oder was da eben gerade schwingt schon mit was anderem schwingt und deswegen nicht mehr erreicht werden kann also so könnte man das sich vielleicht vorstellen also also eine Welle gegen eine andere Welle praktisch die dann das neutralisiert ja das kennt man ja auch von Schall oder Antischall es gibt ja Soundabsorber System die eben halt eben halt die Schall den man nicht haben will durch eine Antischall Schaltung das heißt wird in phasengerecht 180 Grad gedreht und zeitgleich zurückgesetzt und das ist dann quasi ein Antischall zu dieser Schall wenn ich dann dort kommt und die Summe ist dann null Ja der Marc flackert wer möchte denn hier in der Runde noch was sagen mal kurz flackern mit dem Mikrofon gut dann gebe ich dem Marc das Mikrofon Marc guten Abend nochmal ja guten Abend nochmal also wie beginnt mal eine Werkzeug Werkstoffkiste am Balkon mit was für einem Motor beginne ich wie soll ich sagen was wäre der Einstieg für einen ja Freienergiemotor also der John Bedini hat sehr schöne kleine Experimente bereitgestellt und also Bedini wäre glaube ich eine schöne Sache das sind solche kleinen es gibt auch irgendwie so ein Mädchenteil hätte ich fast gesagt Entschuldigung aber das war irgendwie ein spezieller Bausatz das war vor einem 16-jährigen Mädchen wo dieser Freienergiekonverter gebaut nach so einer Bedini Anleitung da hat er irgendwie so Schaltbedini oder irgendwie so von so einem Mädchen aus ich kriege den Namen gerade nicht mehr ganz so zusammen so sinngemäß aber Bedini zum Beispiel das ist eine relativ einfache Geschichte so zwei, drei Widerstände die man da braucht Transistor, ein paar Kupferspulen mechanisches Rad Magneten also das ist alles relativ handhabbar es ist nicht sehr gefährlich es ist von den Kräften her überschaubar aber man kann den Effekt dann sehen wenn man das wirklich klein macht aber er hat auch größere Systeme gebaut die wirklich in den KW-Bereich gegangen sind und dann wurde gesagt lass das zu ihm und dann musste er aufhören kann man sich da eine Anleitung irgendwo herholen von Bedini Motor also ich habe jetzt was von den Russen gefunden das ist nachher auch in dem Materialarchiv zu dieser Sendung das sieht etwas lustig aus also russisch sieht das aus wenn man da reinschaut sind das aber alles Bedini Schallpläne und das ist eigentlich selbsterklärend das ist wirklich sehr gut gemacht ja ist ein großer Teil auf Englisch aber da empfehle ich Diepl zum Übersetzen nur zur Info nochmal die werden auch gebraucht die haben auch ihre Bestimmung die Übersetzer absolut ja wir haben aber heute Solar und Wasser und das Ganze wie siehst du denn die Zukunft mit dieser Aussage ich habe heute oder gestern noch gehört dass Wasserenergie überhaupt keine Zukunft hat obwohl ich das mit als natürlichste Form noch in meinem Wahrnehmungsfeld sehe naja und Wasser ist ein großes Thema wir müssen eigentlich genauer sagen Trinkwasser und wenn man sich diese ganzen Systeme anschaut wo wir Energiegewinnung mit machen ist es in der Regel sind das alles Staubecken oder Rückhaltesysteme die mit Süßwasser funktionieren und dieser Stoff wird ja auch irgendwie immer etwas schwieriger sauber zu halten und dann brauchen wir auch eben halt diese speziellen ja Raumenergiesysteme um dann eben halt die Energie zu haben um den technischen Aufwand betreiben zu können daraus vernünftiges Trinkwasser wiederherzustellen das wird ein großer Markt sein in der Zukunft ja Salzwasser wird ja auch genutzt so Gezeitenkraftwerke das ist ständig Strömung natürlich das geht aber nur an den Küsten oder da eben halt wo Wellen sind das gibt eben halt die meisten Leute leben nicht alle an den Küsten also das Überleitungsproblem oder was wir jetzt heute an dem Betragungssystem haben da hast du eben halt 90% Überleitungsverlust also es macht nicht wirklich Spaß da Energie von der Küste ins Land zu transportieren also das ist irgendwie nicht wirtschaftlich ja das mag schon richtig sein ich bin ja auch nicht der Fachmann jedoch könnte man die Küstenstädte sicher damit versorgen vermute ich in Sachen Windkraft da sind die Meinungen ziemlich gespalten die machen ja Ultraschall so Schallwellen die überhaupt nicht gut sein sollten und vor allem auch Insekten sterben was spricht für dich für Windkraft gibt es da ein Argument? ich wollte eben kurz zum letzten was sagen zum Wasser also wenn wir die ganzen Wellenkraftwerke dort wirklich an die Strände bauen dann haben wir keinen Tourismus mehr also das ist erstmal so nebenbei aber es gibt auch entsprechende Schlangen die man dann mit Hydraulik aufs Wasser legen kann das gibt es auch solche Experimente dazu da wurden Systeme gebaut die dann eben halt die Wellenbewegung mit Hydraulikstempeln in Druckzylinder speichern und dieser Druckzylinder wird dann eben entsprechend über Wandler entsprechend auf den Generator gegeben und dieser Generator dreht dann so das noch eben dazu also Windkraft ist hochproblematisch das ist richtig also die Insekten die Vögel die sterben dann haben wir dort einmal Infraschall das ist diese eine Geschichte das heißt jedes Lauf hat aufgrund seiner Größe hat eben halt auch entsprechend eine sinusartige Welle die er abstrahlt die sehr tief frequentiert ist und dann spricht man von Infraschall und Infraschall ist eben halt der Frequenzbereich von 0 Hertz bis 20 Hertz das ist so dieser tiefere Bereich und es gab auch militärische Projekte das wurde von Amerikanern gemacht die hießen Infraschallkanonen und das war auch was den Potball gehabt hat der hat auch eben halt auch ein Organ drinne wo dann auch Frequenzen von 0 bis 2 Hertz erzeugen Potball und damit hat der eben halt seine Beute entsprechend ja paralysiert kann man sagen und dann wurde der Krake gefressen also Infraschall ist nicht harmlos in keiner Weise und eben halt auch durch die Dauer und durch die Intensität kann es wirklich zu ernsthaften Zellschäden kommen weil der Potball hat es eben halt gezeigt er hat auch so ein Schallorgan und er kann damit wirklich so einen großen Tintenfisch zum Kalmar wirklich außer Gefecht setzen mit einer Schallkanone und wenn er das machen würde bei einem Menschen zum Beispiel jetzt ein Taucher vor dem Potball stehen würde und er würde das einsetzen würde dieser Mensch einfach im Wasser platzen so stark ist dieses Schallorgan also das ist schon nicht ganz ohne dann gibt es eben halt auch noch eine geopathische Komponente das bedeutet es gibt Leute die sich ja auch mit Erdstrahlen und Wasseradern solche Sachen auskennen und wenn so ein Windkraftwerk dieser Turm auf so einer Stelle steht das haben die wirklich dann die Russen gut gemacht solche Experimente beziehungsweise Wissenschaftler haben das herausgefunden haben Experimente in Frankreich gemacht und die haben dann festgestellt dass die Kühe im Stall sich nicht mehr wohl gefühlt haben das mal ganz ordentlich aufzudrücken und dann haben die geguckt was hat sich in der Umgebung verändert und dann wurde dort so ein Turm hingestellt und seit dieser Turm dort stand gab es eben halt Fehlgeburten also fehlgebildete Kälber und all solche Sachen die Kühe haben sich dann quasi nicht mehr gleichmäßig im Stall bewegt die haben sich dann dort in die sag ich mal entspannteren Zonen gestellt und das hat nachher alles der Geopathologe herausgestellt das war so ein russisches Forschungsteam die das eben halt in Frankreich gemacht haben seinerzeit und was war das für ein Turm? das war irgendwie so ein Sendeturm irgendwas so ein Sendeturm oder das irgendwie so ein Mobilmast oder die Windkraftanlage keine Ahnung es war auf jeden Fall so ein langer Turm und der stand dann auf so einer geopathischen Störzone und diese Störung aus der Erde wurde dann quasi durch den Turm in die nähere Umgebung direkt gesendet als wie eine Antenne also die Erde hatte dort eine Störzone gehabt und der Turm wurde draufgestellt unwissend natürlich und dann hat eben halt diese Energie die dort aus der Erde ausströmte dort eben halt einen verstärkenden Charakter bekommen durch den Turm und dieses Energiefeld was dort geherrscht hatte dort an der Zone wurde dann in die weitere Umgebung gesendet Matthias, was würdest du in der heutigen Zeit ich meine, du hast heute viel vorgestellt ich muss das eh nachwirken lassen wie die manche Zuhörer auch weil ich ein Laie bin wir leben in 2019 was würdest du heute der Industrie empfehlen jetzt umzuschwenken auf neue Technologien was könntest du da vielleicht mitgeben? also das Recycling wird zum Beispiel ein großer Markt sein wenn man guckt was dort in Generatoren an seltenen Erden verbaut worden ist und solche Sachen und die ganzen Rückbaugeschichten also es ist ein riesiges Konjunkturprogramm was da noch auf uns zukommt und wie gesagt diese Raumenergie-Konverter sind meiner Meinung nach in den schwarzen Projekten sind die, sag ich mal, eh Standard also im Militär sind sie Standard in verschiedenen Bereichen oder auch in diesen Untergrund Städten, von denen man abends mögert hat sind sie Standard und ja letztendlich denke ich dass diese Erscheinung so möchte ich das mal vielleicht sagen dieser Windkraft oder diese anderen ressourcenfressenden Systeme sich irgendwann ja von selbst erledigen werden und dass wir dann nachher irgendwann so weit sind vom Bewusstsein und vom Verstand her dass wir einfach dann die Möglichkeit haben es anders zu machen ich meine, wie sagt das so schön es gab mal irgendwie so einen interessanten Sinsspruch ich weiß nicht irgendwie war das so ein Mensch ein Spruch der ging ungefähr so sinngemäß der Mensch ist eigentlich sehr klug er tut auch meistens das Richtige aber meistens immer erst ganz zum Schluss ich glaube das würde hier in dem Fall sehr gut passen ja, das kann man so deuten mir ging jetzt gerade noch eine Frage durch den Kopf die allgemein zur Welt zu der Erde betreffend ist wie man sagt wir haben circa sieben Milliarden vielleicht siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Erde jetzt hast du gerade ein Thema angesprochen unterirdische Städte kann die Zahl überhaupt stimmen? wenn wir unterirdische Städte haben sind die ja nicht inbegriffen dann müssten wir ja viel mehr Lebewesen, Menschen oder was auch immer haben das ist wohl wahrscheinlich sagen wir mal so also ich bin auch kein Experte drin was das angeht aber ich weiß dass wir dann quasi mit dieser Energietechnologie die ich heute Abend vorgestellt haben auf der Erde locker 14 Milliarden Menschen versorgen könnten und es würde niemandem schlecht gehen also einfach mal so um einfach mal aufzuzeigen was da für eine Ressource noch brach liegt ja danke für deine Ausführung so jetzt fragen wir nochmal der Hans Gruber ist da möchte was sagen möchte noch jemand was sagen mal kurz flackern mit dem Mikrofon da ist auch der Roman da Hans kriegt es gleich als erstes Mikrofon dann der Roman noch wer da ok dann würde ich sagen Hans dein Mikrofon ja also es ist du bist ja der absolute Techniker und das ist für die Techniker hochinteressant was du sagst wie vorher schon gesagt aber um ganz kurz anzuknüpfen an das was ich vorher gesagt habe also wenn das stimmt und da gibt es mehr als genug Nachweise dass über Jahrzehnte also Tesla systematisch unterdrückt worden ist und Einstein gepusht worden ist und das in gewisser Weise auch sich bis zum heutigen Tag fortsetzt und zwar aus handfesten Interessen heraus da stehen natürlich ganz bestimmte Kreise die das organisieren weil wie gesagt weder gibt es in diesen Kreisen ein Interesse an frei verfügbarer Energie für jeden noch der Punkt den ich vorher angeschnitten habe an dieser Spiritualität die den einzelnen Menschen in enormem Maße der Macht ermächtigen würde also die es wie gesagt im alten Indian ja schon gab und heute oft in esoterischen Abklatschformen vermittelt wird aber da war das ja sehr ausgeprägt über tausende von Jahren dann besteht da natürlich kein Interesse dran und deswegen wundere ich mich ein bisschen so bei deinen Ausführungen das scheint auch so eine gewisse Naivität zu geben du meinst also dass man diese Techniken so ohne weiteres einführen kann ich meine du hast mir ja vorher zugestimmt dass es da so war wie ich das zusammengefasst habe und wie gesagt da gibt es Experten dazu die da wesentlich mehr dazu sagen können wie ich ja ich meine mit den Kreisen hat man auch heute zu tun die stehen auch hinter einer Reihe von weiteren Zerstörungen ob das jetzt lügenbasierte Kriege sind ob das das Geoengineering sind und 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 also da würde mich mal deine Antwort interessieren oh gebe ich doch sehr gerne also ich weiß darum also es ist nicht naiv ich weiß nur dass diese ganzen Ego-Shooter aus der Vergangenheit in diesen Bereichen alle gescheitert sind wenn dieses Wissen was ich heute Abend zum Teil das ist wirklich sehr elementares Wissen wenn das allgemein eine Verbreitung ist das heißt dass jeder Nobody der eben halt keine Technik ist und weiter und so fort weiß was zu tun wäre was er machen müsste dann ist der Geist aus der Flasche so ist das eine das andere ist letztendlich stehen wir jetzt ja auch an einer wo auch stärkere Veränderungen angedeutet sind aus verschiedenen Sichten Johannes Offenbarung Bibel bis sonst wo hin da sind eben halt Veränderungen angezeigt und das ist jetzt auch Armin Riesi zum Beispiel macht Wechsel auf der Erde und was es da alles für Autoren gibt die da schon entspaut Hinweise gegeben haben dass wir eben halt an einem Wendepunkt jetzt uns befinden also nicht mit A-Umlaut sondern mit E und dass das Ganze jetzt doch irgendwie in einen Bereich rübergeführt wird wo eben halt diese Öffnung oder auch diese neue Sicht der Dinge die eben halt uns vorenhalten worden sind die Verborgenliegen jetzt langsam zurückkommen dürfen und dass sie jetzt wieder allgemeingut werden früher gab es zum Beispiel das esoterische und das exoterische Wissen das war allgemeingut und das esoterische Wissen ist mittlerweile Geheimwissen geworden und das exoterische Wissen das kann jeder sich mehr oder weniger in Stufen heute aneignen das sind eben halt so diese Sphären oder diese Bereiche der Wissensebenen und da geht es jetzt letztendlich auch wieder hin momentan ist es ja auch so dass sich das Wissen der Menschheit glaube ich bei ein halb oder zwei Jahren sich verdoppelt und das ist letztendlich auch eine Art von Mathematik die da irgendwo auch denke ich mal mitwirkt und wenn diese Sachen erstmal raus sind also wenn jetzt zum Beispiel anfangen würden jetzt die Chinesen diese Konverter jetzt herauszukriegen und die in Massen zum Beispiel auf den Markt schmeißen dass man über die vier bunten Buchstaben da die Dinger da für ein paar Euro kaufen kann dann möchte ich mal wissen was denn das noch aufhalten soll Psychopathen an der Macht und die zittern gerade ganz doll weißt du die haben momentan ganz andere gesundheitliche Probleme die haben momentan gar nicht mehr die Fähigkeit denke ich okay aber das wäre eine andere Sendung ich weiß es letztlich nicht ich schaue mir halt immer nur ich bin sehr evidenzorientierter Mensch und ich bin auch sehr politisch interessiert und ökologisch und die Zerstörungen die heute ablaufen sind schon beträchtlich sage ich jetzt mal so und wobei ich jetzt nicht sage dass das unbedingt in irgendein Untergang führen muss wenn genug Menschen mobilisiert sind da gibt es ja auch das psychologische Gesetz ich glaube ab 10% manche sagen auch weniger eines neuen Bewusstseins dann entsteht auch ein Schneeball-Effekt der die anderen mitreißt aber das ist also es kann auch in die Richtung gehen und da gibt es natürlich auch entsprechende positive Wandlungen aber wenn man sich mal anschaut wer so an der politischen Macht sitzt die ja meistens sowieso nur Marianetten sind und wie soll ich sagen unterdurchschnittlich intelligente Menschen die über Anpassung und Korruption an diese Hebel gekommen sind und die wiederum übergeordneten Interessensgruppen denen die schön im Hintergrund bleiben dann sind das die Realitäten aber du hast natürlich recht wenn da auch ein Schneeball-Effekt entsteht in der Anwendung dieser Techniken über Leute wie dich die das an den breiten Mann bringen dann kann das auch sein dass von daher so ein Schneeball-Effekt eintritt aber ich glaube die Leute die an der Macht sitzen wenn ich jetzt nur von der Evidenz ausgehe die ticken anders und ich glaube nicht dass die besonders eingeschüchtert sind ich meine das Geo-Engineering alleine ich bin ein sehr naturverbundener Mensch das geht mir jeden Tag nahe wenn ich mir vor Augen halte was da alles abläuft aber wie gesagt steige ich jetzt nicht drauf ein ist ein anderes Thema also da weiß ich immer nicht so ganz wo da der Optimismus herkommt ja letztendlich denke ich mal wie gesagt wir befinden uns wirklich in dieser Zeit die der Johannes seiner Zeit offenbart hat das bin ich mir ziemlich sicher dass wir uns in dieser Zeit Spanien jetzt gerade befinden und dass jetzt auch letztendlich eine Öffnung möglich wird es geht letztendlich darum das mit möglichst wenig ich sag mal Verlusten oder irgendwie das Ganze möglichst leise irgendwie hinzukriegen dass das nicht uns allzu sehr durchrüttelt oder allzu viele Menschenleben kostet dieser Durchweckungsprozess was jetzt irgendwie der Menschheit jetzt irgendwie passieren soll oder dieser Wandlungsprozess und diese Energietechnologie wird uns dann irgendwann nochmal zur Seite springen können denke ich mal soweit ist dass wir diese Konventionen Kräfte also gute Kraftwerke Atomkraftwerke Wasserkraftwerke oder was auch immer für Kraftwerke da sind gerade alle mal ein bisschen mit Erdbeben also ein bisschen durchgeschüttelt sind und gerade keine Lust haben zu funktionieren dass denn die Möglichkeit derlei Technologien dann zu kennen und dann sage ich mal eine Art Sternenstunde ermöglicht wird dass es dann dazu kommt das halte ich für sehr wahrscheinlich Wunderbar dann ja was heißt wunderbar wir werden sehen wohin die Reise geht ich gebe mal den nächsten Redner rein das ist der Roman und sage guten Abend nochmal Ja ich bin immer wieder so richtig fasziniert wie anscheinend unermesslich die verschiedensten Geräten entwickelt werden können für so eine freie Energie von Magnet von Wasser allerlei da sieht man schon wieder mal wie unermesslich die Energie so viele Maschinen gibt es eben auch aber was mich auch so gerade so immer gefragt habe man sagt ja wenn man ganz wenn man großes Gebiet von der Sahara mit Solarenergie ausstattet könnte man ja die ganze Welt versorgen wenn das Übertragungsproblem vom Strom nicht so ein Problem wäre natürlich mal abgesehen von den seltenen Erden von Solarenergie ich will gar nicht auf die Solarenergie hin sondern eben auf das Thema Übertragung von Stromleistung wie man Tesla hat es ja natürlich auch über die Atmosphäre gesendet drahtlos und sicher auch verlustfrei wie weit sind wir eigentlich noch entfernt von hundertprozentigen verlustfreier Übertragung wird es das überhaupt jemals geben wenn man mal so von konventioneller Stromleistung mal her geht ich denke jetzt mal solange wir jetzt die Maschine nicht kriegen wie weit können wir uns wenigstens dahin entwickeln also was das angeht denke ich mal ist die Entwicklung momentan sehr weit also in der Elektrotechnik hat man doch diese Systeme doch so weit im Griff mittlerweile dass sie doch extrem effizient sind für ihre Verhältnisse denke ich also das ist schon mit dem Cosinus viel was sie dort haben mit diesen ganzen Stromsparmotoren oder da diese ganzen Wärmeverluste die Hystereseverluste und alles was man da von den Maschinen her kennt sie sind schon sehr stark ob dass sie doch dort wenig Strom verbrauchen oder brauchen so das ist das eine das andere ist wenn ich jetzt endlich immer noch diese Übertragungssysteme habe die wir heute haben also das heißt letztendlich sind das Landschaftsheizungen die wir dort haben weil über 90% der erzeugten Energie gehen bereits auf der Übertragungsstrecke verloren das kannst du dir mal überlegen wie viel Petawatt Energie jedes Jahr produziert werden und damit nur 10 letztendlich in der Steckdose ankommen und dann hast du dann noch da die Verluste an deinen Geräten die arbeiten ja auch nicht mit 100% das ist eine Rechnung oder ein derartiges Trauerspiel das wird einem ganz schlecht interessanter wird ist dann wenn wir wirklich sagen okay wir sparen uns das Ganze so ein bisschen wir nutzen diese Rohstoffe und die Ressourcen die wir dort reingesteckt haben für andere Technologien das heißt wir modeln das Ganze ein bisschen um und schließen uns an das Redewerk der Natur an das was Tesla damals gesagt hat und können uns dann andere Technologie andere Formen von Flugzeugen oder auch andere Fahrzeuge oder auch andere Sachen wir haben so viele Rohstoffe die gibt es ja auch nicht unendlich viel auf der Erde hallo das heißt wir können nicht mal irgendwo mal so schnell hindern Asteroidengörder Bergbau machen und so weiter und so fort mit der Technologie die wir jetzt haben da kann man noch nicht mehr drüber nachdenken offiziell also wir haben ja schon mal das Problem einmal irgendwie an den Mond zu kommen geschweige irgendwie einen Ort zu verlassen beziehungsweise von Ellen oder irgendwie durchzukommen ohne getoastet zu werden mit dieser komischen Raketentechnik ich habe ja keine Schutzschildtechnologien offiziell also sorry also das ist alles wie sagt man so schön wir könnten natürlich auch einen Ausschuss oder eine Gruppe bilden die herausfindet wie gut oder wie schlecht man ein totes Pferd reiten kann glaube ich denke mal das wäre glaube ich so eine ganz gute ganz guter Vergleich dafür ja genau das tote Pferd und so jetzt erinnert mich jetzt auch an die ganze Elektrosmogbelastung bei den Oberleitungen und so ist das nur aus reinen Kostengründen so gemacht und dass man das nicht eigentlich vergräbt die Leitungen weil das ja einfach auch für die ganze Umgebung auch viel verträglicher wäre wenn die Erdschicht da einen kleinen Abdeckungsschutz leisten würde du bist ja immer ein bisschen in der alten Technologie verhaftet kann ich verstehen das ist okay nein ich bin ich überhaupt nicht aber interessiert auch trotzdem zugleich immer auch das gegenwärtige warum der Mensch so handelt weil er es so gewohnt ist der Mensch ist Gewohnheitstier das hat er seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten macht das so weil damals eben halt jemand mit Kupfermine besessen hat und Kupfer verkaufen möchte und damit die Kabel ganz einfach das sind wirtschaftliche Bedingungen Ja einfach die Gier und die Verbrecher Bereitschaft dieser Konzerne ist ja böde Frage von mir Sagen wir mal nicht unbedingt Verbrecher sie nutzen nur ihre Möglichkeiten wenn man eben halt nicht darauf achtet dass es noch andere Möglichkeiten gibt dann nutzen sie ihre Möglichkeiten das ist eigentlich nicht opportun Verbrechen Verbrechen ist etwas wenn man was kaputt macht wie auch immer Ja wir haben aber auch heute gehört dass wir unterschiedliche Klassen von Menschen anscheinend haben einfach das normale Leben wie wir es kennen auf dieser Erde und das Militär was sich in der Technologie ganz abgeschottet hat und wenn wir wirklich verstehen dass wir eine Welt ein Zuhause alles Menschen alles Tiere alles Natur sind dann sollte man auch die Errungenschaften die ja Menschen weiterbringen und jetzt das Militär auch diese Technologien zur Verfügung stellen und das wird ja nicht gemacht weil wir in Teile und Herrscher sitzen in einen Kapitalismus Kapitalmus und Ressourcenkriege lieber führen wie anstatt in die Natürlichkeit zu denken ja das ist der Dolchstoß für die Menschen es sei denn wie der Hans Gruber gesagt hat die 10% die kritische Masse sagt man bei 3% gehen wir ruhig von 10% aus dann könnte sich was Neues kristallisieren so denke ich ja Leute haben ein Hauptproblem wohin sollen wollen sie dann laufen wenn sie nicht mehr wissen in welche Richtung ja sicherlich das ist ja die Problematik der Zeit der Verwirrung und Überflutung und das ist ja auch gewollt das sind ja diese Programme vom Kapitalismus und ja Machterhalt und ja das sind Programme so denke ich die Menschen haben ja leider ihre Oasen ihre Inseln die was über uns drunter nach unten schauen die haben ja mit dem Einstrahlung schlechte Umgebung ja gar nichts zu tun in ihren eigenen Leben der Mark wollte sich einbringen Mark bitte weil er die Offenbarung angesprochen hat des Johannes da war ich auch zwei Wochen im Kloster die haben ja dann den kleinen Kallegismus gezeigt oder den großen aus Rom halt die Vorgaben also ich habe das so wahrgenommen wie links im Chat in dieser Grafik da geht es darum 2010 gab es einen kurzen Krieg bis 2018 da ist eine Grafik Moment also im Chat kommende Jahre und das war 2018 vorbei da haben sie 2012 habe ich eine große Trübsaal festgestellt bei 100 Interviews und diese Informationsfluten diese Verwirrung und das war halt wie Krieg und bis 2018 dann haben sie einig wieder anerkannt als Wort im großen Stil und 2019 jetzt gibt es diese geheime Rune das verlorene Symbol von Dan Brown wieder im Internet ich nenne es Triangular das ist die Pyramide mit weggehenden Strahlen mit zwei weggehenden Stäben und wir haben im Pazifik eine graue Welt Fahne eine Landesfahne in grau und die gab es noch nie und die sage gibt es eine graue Weltfahne vergeht diese Welt nicht mehr solange sie auf dem Pazifik weht und nicht hier bei uns die Fahne ist auch ganz schnell weg das ist in der Einfachheit die Lösung zu sehen aber ich verstehe schon was du sagen möchtest ja gibt es weitere Fragen oder Matthias möchtest du was noch dazu sagen im Moment habe ich jetzt erst mal denke ich genug also ich denke mal es war so viel Stoff was da jetzt durchgegangen ist und ich denke mal wir haben jetzt fast drei Stunden jetzt hier auf Uhr also von daher ich denke mal für im Moment reicht es und wir können ja mal gerne wieder was machen aber wäre schön wenn eben halt Gruppenmitglieder sich auch so ein bisschen in diese Richtung entwickeln oder öffnen mögen weil solange eben halt es einzelne Pioniere gibt denen geht es dann eben halt nicht unbedingt gut und die können eben halt nicht so viel machen weil eben halt das Bewusstsein der Leute muss mitwachsen ansonsten ist es eben halt nicht so vorteilhaft man kann nicht weitermachen ja Matthias das sind drei lange Stunden gewesen ich weiß nicht hat der Jack oder der Hans noch geleuchtet wer war das ja der Hans war noch Matthias ich fordere auch natürlich unsere Zuhörer auf und auch hier diese Redner hier im Talkraum nutzt die okidoc.com Seite geht in die Artikel rein und wenn ihr ein bisschen mehr machen wollt dann kontaktiert uns und dann schalten wir die Dienste für euch frei und es ist wichtig dass die Menschen auch darüber informiert werden und da würde ich mich sehr drüber freuen und jetzt will der Marc noch was sagen ich wollte noch sagen also im Anschluss an diese Trübsalzeit das sind sieben Jahre gewesen sind versprochen also tausend Jahre Frieden das ist ob das eintritt das wissen wir natürlich nicht das brauchen wir auch nicht wissen das ist immer so ein Standardspruch wir werden niemals alles wissen wir brauchen es auch nicht alles wissen wir sollten leben und in die Natürlichkeit versuchen reinzukommen Hans noch ganz schnell ich wollte nur kurz fragen soll ich ich hätte das inzwischen übersetzt das Zitat mal kurz auf Deutsch bringen von Tesla zu dieser altindischen Spiritualität weil ich das so wunderbar zusammengefasst von ihm finde ja gibt das okay also das hat er offenbar gesagt in Man's Greatest Achievements ein Werk von ihm 1907 und das Zitat lautet jegliche wahrnehmbare Materie stammt von einer grundlegenden Substanz beziehungsweise feinen Schicht jenseits des Vorstellungsvermögens die den gesamten Raum ausfüllt nämlich den Akasha beziehungsweise lichtausstrahlenden Äther auf diesen auf diesen wirkt das lebensgebende Prana beziehungsweise die kreative Macht ein die in niemals endenden Zyklen alle Dinge und Phänomene ins Leben ruft Zitat Ende das ist eine perfekte Zusammenfassung der altindischen Konzepte von Akasha und Prana die sind nicht das gleiche das eine ist die rein bewegende universelle Energie und das andere ist die intelligente oder universelle Lebensenergie also daran kann man sehen an dem Zitat dass sich der Mann tief mit dieser Materie beschäftigt hat und ich habe auch im Chat ein Video verlinkt was diese ganzen vedischen Einflüsse auf Nikola Tesla sehr gut zusammenfasst also bei Interesse da mal reingehen okay vielen Dank für die Sendung ja Matthias wir machen hier Schluss wir winken alle mal raus wer 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 flackert da der Roman Matthias hat langen Abend hinter sich Roman aber dann Tschüss sagen fangen wir alle mal gemeinsam dann Tschüss Roman noch einmal ja ich weiß nicht ob ich das versäumt habe oder so aber gibt es irgendwo Kontaktinformationen wo man Matthias bei dir nachschauen kann Homepage oder E-Mail Adresse oder so oder bist du mehr privat unterwegs also ich bleibe hierbei noch ein bisschen unter dem Radar ein bisschen privat unterwegs also Internetseite habe ich erstmal so nicht aber ansonsten wenn du was isst kannst du ja über den Klaus das klappt dann schon irgendwie genau und und alle anderen Informationen zur heutigen Sendung PDFs haben wir ja hochgeladen schon in unser Okidok Archiv wo auch gleich die Sendung hereinkommt ja ich möchte noch ein ganzes Danke erstmal Matthias Matthias Abschlussworte noch und dann gute Nacht sagen oder auf jeden Fall so würde ich das auch sehen und sagen ja auf jeden Fall also ich ich appelliere es vielleicht mal ein bisschen blöd gesagt aber Leute kümmert euch um eure Zukunft ohne diese Energie wird es uns bald dunkel also das kann ich einfach nochmal so ein bisschen sagen also wir haben jetzt so 20, 25 Jahre Zeit investiert euch persönlich jetzt um dort hinzukommen wo ich heute bin ihr braucht es nicht mehr das ist auch mal zu beachten und alleine kann ich nicht weitermachen und es ist letztendlich keine One-Man-Show wenn man das so sagen darf weil das ist eher eine Sache die jetzt auch eine gewisse Breite braucht diese Information dass wir irgendwie auch dann weiter machen können sonst ist es momentan erstmal Stopp ich hoffe ihr draußen habt eigentlich einiges für euch mitgenommen heute von dieser Sendung verteilt sie rechte Maustaste einfach auf den Link klicken im Okidok Archiv und dann einfach den Link verteilen unter den Artikel auch teilen Kommentare herzlich sehr gewünscht Matthias lieben 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 Dank wir bleiben eh in Kontakt wer noch in den Nacht doch kommen möchte ist natürlich herzlichst willkommen möchte jetzt nochmal ganz kurz auf ein anderes Thema kommen denn wir sind ja in der Schweiz Matthias lebt ja in der Schweiz das mehr verrate ich nicht Sommerweb Davos Wachstum, Erde, Frieden, Freiheit ein Kongress der am 24. und 25. August stattfinden wird und da sind Themen dabei wie zum Beispiel Finanzmärkte beeinflussen dein Leben Bargeldabschaffung Ernst Wolf, IWF zum Beispiel Armin Riesi ist da Armin Riesi ist ja ehemaliger Mönch er spricht zum Mechanismen der Spaltung und das Bewusstsein der Menschheitsfamilie Martin Schmidt Forschung, Entwicklung er spricht zu Permaculturen, Klima, Pflanzen, Kohle, Humus, Erde Christian Kreis, warum arbeiten wir so viel Wege in die Wirtschaft, die die Menschen dienen dann keine Steuergelder für Verschmutzung unseres Wasser Franziska Herren, Open Space gibt es auch Gene Ziegler, bekannt ist er im beratenen Ausschuss der UN-Menschenrechtsrates was ist so schlimm am Kapitalismus das neueste Buch, Beispiele Venezuela BIP-Wachstum braucht auch Bevölkerungswachstum Al-Ala Gag Neux, Entwicklungsdialoge Helmut Scheben über Syrien-Sanktionen, Massenmigration und Massenmedien Andreas Thiel spricht über Glück und Kapitalismus und vieles mehr wir haben einen Werbebanner auf Okitalk und den dürft ihr euch gerne mal anschauen und da ist das ganze Programm hinter versteckt es gibt im Übrigen keinen Eintritt dort, ein Austritt wird dort genommen also das sollte den einen oder anderen doch reizen auch dort vielleicht eine Reise in die Schweiz zu machen ich sage ganz herzliches Dankeschön an euch alle alle die ein Danke haben wollen als letzten Song habe ich im YouTube einen Unplug-Song für euch ein bekannter und ich brauche gar nicht sagen, ich bin eh nicht der gute DJ und von dem Aspekt aus verabschiede ich mich jetzt mit euch und wünsche euch einen schönen Abend, guten Morgen, guten Mittag ihr seid im Archiv bis dahin tschüss, papa tschüss, ciao ups, da habe ich doch noch was vergessen der Klaus war doch zu schnell so, aber jetzt Musik ab tschüss bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020